Hat der? Hat der? Und weil er abgeliefert hat, hat er obendrauf bekommen. Und obendrauf? Nicht, Bruder, glaub mir. Nicht ein Beat. Warum hat er richtig abgeliefert? Weil er dich mochte. Nein, nein, nein. Bruder, weil er Geld bekommen hat. Gib mir dein Beat, da hast du zwei Stunden gemacht, nimm deine Power & Alpha, verpiss dich. Hab ich jemals einen Rapper in Deutschland gesigned, weil der einen Hype hatte oder weil er mein Bruder war? Ich hab einen Nick One bei mir gesigned. Hat der Talent gehabt? Nein. Ich hab einen Jihad gesigned. War der vorzeigbar? Nein. Ich hab einen Silla gesigned, der war Alkoholiker. Ich hab einen, äh, äh, Bruder, for real, real talk. Ich hab die größten Patienten gesigned, weil die meine Freunde waren. Sorry, Sad, das Schlimmste war so ein Typen, wie du mir sagen kannst immer, ey Dicker, deine Art und deine Art. Ich werd da nur noch sauer, nur noch krasser, weil unsere Art ist ne gute Absicht und man will, du willst den... Boah, das versteht nicht jeder. Ja, aber dann lass den da trinken. Glaub mir, die sind zwei, hat mich nicht einer anrufen. Glaubst du, Sido hat anrufen, mein Beileid, deine Mutter hat... Bruder, ich... sowas. Eine neue Folge, PULSCAST 030, ich glaube die 21 ist mittlerweile. Nummer 21. Schräg gegenüber meinem Bruder, mein einereiger Zwilling, live in Farbe, der Osi, wie immer. Meine Wenigkeit, ich bin's der Ibo und rechts von mir Baba Saad und Fleezy, Fleece Master ist heute auch da. Wie geht's euch, Jungs? Ganz gut, wie geht's dir, Bruder? Sehr gut, schön, dass ihr auf jeden Fall da seid. Ähm... Gut geht's, müde. Ich glaub, Bushido will euch keine Geldbeamme sehen. Ich glaub, es gibt kein jensüchtigeres Album, was released wird, worauf die Leute warten, oder? Also ich kenn mich jetzt mit der ganzen Materie nicht so gut aus, ja. Ähm... Aber ich hab mal hier und dort natürlich ein paar Interviews von euch angeguckt. Wie kommt man überhaupt drauf? Warum 1, 2, 3, 4, 5? Könnt ihr mir darüber was erzählen? Ja, die History ist das erste Album überhaupt, was ich gemacht habe. Oder das erste, man könnte sagen, auch Bushido das erste Album, was er gemacht hat. Nach diesem Demotape war CCN, ne? Ja, genau. Und das war der erste, also damals wusste man nicht, dass es da einen zweiten und dritten Teil von geben wird. Und es ist ja so in der Tradition von so Hip-Hop-Alben, von so Hip-Hop-Kollabo-Alben ist es schon immer so, dass man dann, wenn es ein Team gibt, dann ist das Team so gefestigt. So, das kennt man aus Amerika, Mob Deep oder Capone Noriega oder sowas. Oder Booth & Clown, wo dann halt eine ganze Gruppe ist. Ah, okay. Ja. Das war die Idee dahinter, ne? Und dann haben wir das damals gemacht. Dann hat er noch sein Solo-Album gemacht und irgendwann kennt jeder diese Geschichte, diese berühmte Geschichte, dass es da eine Trennung gab. Und dann war halt hier für die Jungs damals auch die Gegenpartei, Er ist guter Junge, war das dann halt so, dass Saad dazugekommen ist und ein junger, hungriger Künstler war. Er ist guter Junge, genau. Er ist guter Junge, okay. Und somit lag das erstens auf der Hand von seiner DNA, so wie er rappt, von seiner Stimme, von dem Genre. Es gibt ja Gangster-Rap, Straßen-Rap, weißt du, Pop-Rap oder wie du es nennen möchtest. Und wenn du so ihn hörst, dann weißt du, er ist so geboren dafür, Straßenrapper zu sein. Und da hat Bushido das, glaube ich, gut erkannt, das Talent und hat ihm dann halt gesagt, ey komm, wir machen diese Serie, wir führen die weiter. Ich war zu der Zeit, wie gesagt, nicht mit ihm befreundet und hab dann sowieso so Ami-Rap, Neudeutsche Welle, Diplomats-Style gemacht und so. Und das war dann der zweite Teil, ne? Also es hieß dann, es hieß dann auch, Karlo guckst unten zwei einfach. Ja. So, das war dann irgendwie, wurde das dann halt unabhängig davon, dass wir beide uns gar nicht kannten und unabhängig davon, dass er damals den zweiten Teil gemacht hat. Irgendwie wurde das jetzt zehn, zwanzig Jahre später zum Kult und wurde immer irgendwie wieder zum Style, dass man sich auch gegenseitig alleine schon damit battelt, dass man jetzt sagt, ich mach jetzt den nächsten Teil. Es war ein bisschen albern geworden. Also das Nutte in diesem Karlo guckst Nutten ist wirklich jetzt Sinnbild dafür. Es ist wie so eine Nutte, jeder darf mal reinhalten. Und so ein bisschen wollen wir das damit so eigentlich wieder zurückführen zu dem, was es war. Er hat es damals, also unabhängig davon, dass es der zweite Teil war, sein Karlo guckst Nutten und Bushido war irgendwie ein eigenes Karlo guckst Nutten. So ein, ich bin hier der Machthaber, ich tausche mir die Leute aus, wie ich die will. Ich lösche das zweite irgendwie aus und bringe ein neues zweites, was irgendwie von meiner Seite gar nicht gewollt war. Wer ist aber der erste Erfinder von diesem Namen? Also ich bin ja selbst... Erfunden, erfunden als Payne? Ja. Steffen? Weil Karlo guckst Nutten, also ich bin ja selbst Berliner. Also ich weiß, Karlo Kallucci Pullover. Ja. Legende in Berlin. Also war jetzt nicht du oder jetzt auch nicht Herr oder auch nicht Bushido? Also wie kam dieser Name? Wer sagt Payne? Na Payne, also diese ganze Identität ist ja eigentlich eine Berliner Identität. Ja. Darum ich hätte zum Beispiel nie gedacht, dass er kommt ja aus Bremen. Ich zum Beispiel hätte nie gedacht, das war ja unsere Berliner Denke, dass ein Bremer oder später kam ja auch Chakusa aus der Schweiz, ne? Oder wo kommt der her? Aus Linz. Aus Linz. Und dass Bushido hat dann einfach Leute geholt und hat die so in Berliner Themen reingepackt, wo wir als Berliner, das ist auch eigentlich der einzige Grund, warum ich von Anfang an gesagt habe, nein, das ist nicht das richtige CCN. Also aber die Graffiti-Szene und die ganze Szenerie damals, die wir hatten und so, die war ja mehr Graffiti behaftet und mehr Gang behaftet als Rap. Rap hat ja noch keiner so ernst genommen. Da musste ja erst ein Zido kommen und Azad und Bushido und Frauenarzt und so. Und cool Savas sowieso. Und das war irgendein Begriff, den habe ich mit einem Kumpel in der S-Bahn, den hat er aber gedroppt. Ich habe mir den nicht ausgesagt, er hat den gedroppt. Und ich habe dann halt wie gesagt, wie wenn du auf Nike, ist ja auch glaube ich eine Göttin, eine griechische Göttin, Nike, die Nike-Göttin. Und dann ist halt, hörst du das und denkst dir, das passt zu meiner Kunst, das kann ich mir adaptieren. Und dann saß ich immer im Argo-Büro und habe das vorgeschlagen. Und alles was dann dazu kam, die Art wie man da rappt und die Art wie das Logo ist und die Art wie, weiß ich nicht was, wie man das vermarktet und so. Das kam dann viel von Spectre oder Bushido hat die Beats gemacht, das kam einfach alles natürlich. Und aber im Grunde war das mein Kopf nur, dass ich sage, ich finde den Begriff geil, aber ausgedacht hatte ich den Pain. Krass. Steffen. Krass. Ich kenne dich, sehr gut sogar. Ah ok. Und dann kam halt immer weiter. Könnte ich jetzt als Berliner, ich meine ich bin ja Bremenhavener, aber könnte ich als Berliner jetzt einfach zum Beispiel die Nummer 6 rausbringen? Würde das gehen? Ohne mich oder Bushido? Ja. Ja, du könntest es aus zweierlei Gründen nicht mehr, weil dieser Hip-Hop-Gedanke, den ich ja habe, den hat Bushido komplett reingeschissen, könnte man sagen, weil Hip-Hop-Werte vertritt er nicht, er vertritt ja gar keine Werte, das haben wir ja mittlerweile heute alle gelernt. Damals hat man so als Rapper oder als Writer und sowas, oder als jemand, der auch so ein bisschen so einen Straßengedanken hat, auch so wie Saad, wir sind halt dann immer diejenigen gewesen, die so auf der Strecke geblieben sind, weil der ist halt dann wie so ein Bürokrat oder wie so ein Anwalt halt zum Patentamt gegangen und hat sich den Namen patentieren lassen. Das heißt, du kannst es aus dem Grund schon nicht machen und zweitens kannst du es nicht machen, weil dir keiner in der Hip-Hop-Szene immer noch abkaufen würde, dass das von dir ist. Das haben die Leute schon verstanden. Also so viel Ehre gibt es noch, dass es muss eigentlich immer einer von den dreien so dabei sein. Also wenn Bushido es macht, ist es irgendwie okay, wenn Saad es macht, ist es irgendwie okay, wenn ich es mache, ist es irgendwie okay. Wenn wir beide es machen, stellt es keiner in Frage. Ah, okay, verstehe. Du warst aber bei dem ersten oder zweiten mit dabei? Ich war ja bei dem ersten, er bei dem zweiten. Und dann habe ich das zweite, also laut Bushido ist das zweite dann nochmal passiert und das dritte hat er dann alleine gemacht, weil wieder da war eine sehr harte Feindschaft zwischen mir und ihm. Ich habe so ein Parallelprojekt gemacht, keiner kommt klar mit mir, auch mit diesem Frank White Musik und Frank White Style. Dann kam Animus, ne? Genau. Animus war die Nummer fünf? Vier. Ach, da gab es auch einen Titel. Sorry, sorry. Animus war dann, da hast du gemerkt, es wird immer absurder. Ja, wenn dann so Leute reinkommen, die so... Ach, da gab es auch einen CCN, ne? Mit Animus. Ja, das war aber... Das wusste ich gar nicht. Ja, das war auch wirklich... Was macht aber CCN, sagen wir mal, so besonders? Ich meine, wir kennen uns ja knapp 20 Jahre, ja. Aber ich bin jetzt nie so dieser Rap-affin Typ gewesen, jetzt kein Front gegen die Rapper. Ich meine, mein Bruder und ich sind selbst auch Musiker. Aber hat es jetzt einen bestimmten Sound auch? Ja, ja, ja. Also auch vom Beat-Aufbau her, auch die Texte. Also es ist halt richtig Street. Also über kurz... Da ist er, glaube ich, kann er besser antworten. Also weil selbst nach eins, nach zwei, nach drei, wann du es willst, ich bin dann irgendwann auch künstlerisch immer so in so andere Gebiete gegangen und so. Er ist seitdem wirklich immer noch das, was es ist und hat das durchgezogen und hat nie um was anderes gemacht. Also er hat immer noch die DNA. Also ja, er ist... Bruder, er ist ein Original. Er ist ein Original, ne? Dem kannst du irgendeine andere Art von Musik zeigen, irgendeine andere Art von Rap und so, der hört sich das an und sagt... Geht einem vorbei. Sagt er, tut mir leid, Dr. Dre interessiert mich nicht oder äh... Klingt scheiße. Alles, was nicht CCN ist, klingt viel scheiße, so. Ja. Erzähl halt. Was denn? Was sagst du? Also CCN für dich, was ist das? Ich muss eins sagen, der Bruder hat, mashallah, wirklich eine markante Stimme. Er hat eine sehr markante Stimme. Er hat eine sehr markante Stimme. Er hat die Stimme wie beim Rappen. Ja, wirklich. Ja, ich verstehe meine Stimme auch nicht. Ja, ja. Aus meinem musikalischen Verständnis jetzt heraus, er hat eine sehr markante Stimme. Ja, ja. Er hat die... Also ich kann auch keinen Rap ernst in ihre Stimme verstellen. Ja. Kennst du den Rapper in ihre Stimme verstellen? Nee, der hat mashallah wirklich eine sehr, sehr... Er hat die Stimme wie er rappt, redet er, ja. Ja. Also CCN für mich, ähm, besteht aus sehr, sehr traurigen, melancholischen Beats, wo du halt sehr, sehr hart, äh, harte Straßensachen drauf, Raps oder harte Straßengeschichten erzählst. Mhm. Aber so dieses Grundding ist es, dass das so melancholisch eigentlich, wenn du so den Beat alleine hörst, denkst du, okay, jetzt mach dein Liebeslied vielleicht drauf. Das ist ja so mit Streichhahn und mit diesen ganzen Sachen. Und die Kunst ist es, die Stimme auch dafür zu haben, dass das gut klingt, ähm, und natürlich die Texte, dass das halt auf diesem traurigen Beat, was hart ist, mit harmoniert halt vernünftig, mit einer vernünftigen Atmosphäre. Ja, ja. CCN ist eher mehr Atmosphäre als alles andere. Also du musst irgendwie eine Atmosphäre schaffen. Ja. Und die schaffst du nur, wenn du eine gewisse Stimme hast und wenn du natürlich auch die Texte da ... Und das hat auch der Animus nicht geschafft. Also das war, das ist eigentlich der Hauptgrund. Wenn da jetzt, wenn da jetzt jemand wieder in der Reihe gewesen wäre, der auch diese DNA hat, dann hätte das auch konzeptionell Sinn gemacht. Dann nehmen wir so diese Hip-Hop-Werte und diese Realness-Werte, nehmen die mal beiseite. Aber das war auch so voll der Quatsch. Also nimmst du da irgend so, weißt du, also das war wirklich ... Das passt auch nicht zu jedem Typ Rapper. Richtig, ja. Zum Beispiel, ich bin ja der größte Fan von Cool Savas auf der ganzen Welt vielleicht. Könnte er das machen? Nein, der kann das auch nicht. Nein, nein, nein. Auch nicht? Nein, nein, nein. Er ist doch aber King of Raps. Ja, ja, natürlich. Aber es geht ja, es geht nicht um Rap, es geht um Atmosphäre hier. Okay, verstehe. Es geht um diese Atmosphäre. Es gibt auch einen ganz einen Editor, was? Ja, es geht auch um eine gewisse Plumpheit. Es geht auch um ... Du musst Streak sein eigentlich. Es muss stumpf sein so. Stumpf. Aber trotzdem mit Köpfchen so ein bisschen. Und die Stimme muss auch harmonieren. Das ist nicht so einfach auf dem melancholischen Beat hard zu rappen. Da kann man sehr, sehr schnell affig klingen. Weißt du, was ich meine? Und das kriegt nicht jeder hin. Und das ist so das Geheimnis. Ich glaube auch, weil ... Außerdem muss der CCN immer ein Deutscher und ein Araber sein. Immer? Ja, muss eigentlich ... Das ist eigentlich das Geheimnis. Normalerweise muss das ein Deutscher und ein Araber sein. Guck mal, so aus dieser Perspektive habe ich es nie gedacht. Ja, ja. Aber stimmt. Muss immer so. Aber ich habe mich ja schon mit CCN außen gesetzt, auf CCN1. Aber das, was er meinte, da gebe ich 100% recht, aber das ist ja das, was ... Und es gab auch nur das, was du und was er als CCN. Alles andere habe ich danach nicht mehr ernst genommen. Nee, weil ... Weil genau da dieses Feeling da war, Bro. Also ich hätte auch nicht gedacht zuerst, sage ich dir ehrlich, weil ich kann CCN1 natürlich zu dem Zeitpunkt, ne, mit dir und Bushido. Aber ich hätte nie gedacht, dass das mit nie einem Rapper und sowas diese Attitude trotzdem noch mal erreicht, weil ich kannte das auch nicht vorher. Da habe ich gesagt, Bombe. Ja. Da hat genau so, also kontenatlos Übergang, hat gepasst. Man muss ja, man muss ja auch dazu sagen, CCN1 war ja wirklich Underground, Underground-Projekt. Wir haben ja nicht mal Musikvideos dazu gehabt. Ja, genau. Deswegen für mich ist eigentlich auch das erste Soloalbum von Bushido Bordstein. Skyline ist so ein bisschen auch die Weiterführung davon. Da bin ich auch sechs Mal drauf. Sechs Kollabo-Songs auf einem Soloalbum von einem Rapper. Allein da ... Da gibt es eigentlich gar nicht mehr. Das gibt es gar nicht. Aber Bordstein zu Skyline ist eine geile Lime, Bruder. Die habe ich mir komplett ausgedacht. Wie hast du die ausgedacht? Ja, ja. Die wollten die auch nicht nehmen erst. Echt? Nein, wollten die nicht nehmen. Ich saß im Studio ... Das ist eine geile Lime. Das ist feierlich. Ich sage es heute noch. Ja. Ich sage es heute noch. Ja, weil wir waren da in dem ... war gerade das Projekt, da war ja ... man muss sich dazu auch, muss man ehrlich sagen, soll jetzt kein Front gegen Sido sein. Aber wir haben parallel, wo Sido sein erstes Album Maske aufgenommen hat, haben wir Bordstein Skyline gemacht. Und dann war ich immer in einem Büro, Spector und Bushido und ich saßen da alleine. Es war selten, dass man alleine im Studio sein konnte, weil es war immer irgendjemand da. Und dann meinte ich, dann war so, ey, wie wollen wir das konzeptionell aufziehen und was wollen wir machen? Und ich meine, dieser ganze Flavor, der war ja schon ... das war ja klar. Wir haben die Jacken getragen, wir haben die Kabel getragen, die Klamotten. Und dann ... also die Musik war klar und die Songs standen auch schon viele und so. Und dann war aber ... wie nennen wir das Album? Dann sage ich, ey, vom Bordstein bis zu Skyline. Und dann guckt mich Speck dann, ja, das ist vielleicht ein bisschen zu lang und so und hin und her. Und ich fand diese erste Reaktion, dass man mich gecheckt hat ... Mega-Line, aber geiles Bild. Alter, ich fand das schon so ... Das ist so ein geiles Bild. Wie war das nochmal mit diesen Sterne-Line, was du mir gesagt hast? Ähm ... Denn selbst ... Sterne ... Irgendwas mit Sterne, aber wenn sie dir kommen ... Nee, du meintest schon was mit der Sonne, wird sogar die Sonne zum Mond. Aber sogar die Sonne zum Mond. Ohne Feuer wird die Sonne zum Mond. Ja, ich bin irgendeine Lime mit und ohne Feuer wird sogar die Sonne zum Mond. Also irgendwie auf mich bezogen. Ich bin irre, cholerisch oder Power oder irgendwas oder Action, aber muss sein, weil ohne Feuer wird sogar die Sonne zum Mond. Krass. So krasse Sachen einfach. Auch sehr stark. Ja, und wenn du diese ... Und so eine Dinger ... Das ist Carlo Koks, Bruder. Das ist nicht nur Mutterbeleidigung oder Rapperbeleidigung. Aber dann hast du ja da, wo er recht hat, auch das mit den Köpfchen einfach. Auch dieses meine ich ... Also auch wenn man denkt, das ist so voll Street und voll ... Warte, das ist dieses ... Kennst du dieses ... Kanacken ... Straßenpoesier. Genau, Straßenpoesier. Diese Kaffeesachen auch ein bisschen smarter noch. Ja, aber so kann man es so Streetpoesierter. Ja, ja. Ja, und ich wollte noch sagen ... Nein, nein, warte, das ist schon vorbei. Aber ich meine, ich war halt voll empört auf Spectre. Ich sagte so, hä? Wie kannst du nicht gleich ausflippen bei der Line? Müsst du mich verarschen, Alter? Ach ja, und was ich noch sagen wollte zu Sido. Und wir haben halt parallel diese Algen gemacht und dadurch kam für Sido auch erst der Begriff mein Blog. Also diese Wörter, das ist auch eine Sache, wo ich ehrlich gesagt mich so ein bisschen so ... Ich denke, ich weiß das für mich. Ja. Und ich glaube, Bushido sagt das auch insgeheim und so. Aber bevor wir das gerappt haben, da hat noch nicht mal Asad richtig krass Asphalt, Block, Streetmeat, diese Begriffe, da waren wir wirklich die Ersten. Aber der hat auch eine geile Stimme, muss man sagen. Nein, nein, nein. Ich nenne gerade Asad, weil Asad hat ja eigentlich Straßenrap, kannst du sagen, vor uns aufgemacht. Aber dass wir wirklich Gangsterrap gemacht haben. Nach Carlo Guxnoten gab es Gangsterrap und es gab da keine Fragen mehr. Also das konnte man dann nicht mehr Streetrap nennen in dem Sinne oder sowas. oder so ein bisschen so Battle-Rap oder so. Es war ab dem Tag klar, jetzt gibt es Straßenrap und der ist ernst gemeint. Savas hat das vorher gemacht mit einem Augenzwinkern. Asad hat das ein bisschen gemacht mit so ... Mit einem Hip-Hop-Gedanken. Mit einem Hip-Hop-Gedanken. Mit noch dem Hip-Hop-Gedanken. Aber ab dem Tag war dieses Album, wir ficken auf Hip-Hop, Hip-Hop lässt uns nicht rein. Und wir ficken Hip-Hop. Jeder, der in der Hip-Hop-Szene ist, so ist es ja auch wie heute immer noch mit uns so. Wir sind nicht gern gesehen ... Bei euch ist es ja auch oft so gewesen in der Musikindustrie. Eigentlich für mich, am meisten Kader-Rucksnoten steht dafür. Wir sind so die Outlaws, die keiner sehen will, so hin und her. Und dann kommen wir aber mit der Musik, die jeder haben will. Aber guck mal, er sagt da was ganz wichtiges, weil ... Das ist jetzt nur meine Interpretation. Ja, ich hab ja zum Beispiel ... Ich glaub, Sido hat ja damals, sag ich mal, den Twist so hinbekommen, dass er Mainstream wurde. Ja, auch, sag ich mal, Ü30, Ü40, Ü50 erreicht hat. Maske ab, Seitenscheitel, ich bin Ossi. Hey, du. War das sozusagen ... Nein, zu der Zeit hat Sido das erste Problem gehabt, dass Sido den ersten Twist hingelegt hat zum ... Ich bin der Underground lustige Drogenrapper zum ... Ich bin auch Straße. Weil er war so ... Dieses Bushido und ich waren dafür da. Wir waren nicht deren Rücken, aber wir waren deren Kredibilität. Also wenn es auf Tourstress gab, wir mussten dafür gerade stehen. Wenn arabische Großfamilien oder irgendwelche Leute in Schöneberg irgendwo geklopft haben, dann haben die geklopft und dann haben mit uns gechillt. Das heißt, Sido, die haben halt diese offenen Hosen gehabt, diese Kiffermentalität und sowas. Die waren MVs, Reinickendorf, Wedding und so, aber die haben jetzt nicht eine krasse Weddinger Fraktion hinter sich gehabt. Also waren das keine richtigen Gs? Nein, die waren keine. Die wollten die auch nie sein. Okay. Kann man sagen, Kultsonasch war ein G? Nein, auch nicht. Auch nicht. Das ist genau das Ding. Die wollten das auch nie für sich claimen. Also Sido hat immer gesagt, ich bin ein Junge von ... Deswegen können die auch nicht Carlo Koksnot machen. Niemals. Okay. Nein, wollen sie auch nicht. Aber das war die erste Competition für Sido damals, war, dass er von diesem Underground-Rap, ich hab ein paar lustige Punchlines und ich bin der Typ, der sich nicht zu ernst nimmt, dass der jetzt auch ernst genommen wird. So, dass der wirklich ernst genommen wird als jemand, den fickst du nicht an, weil du bist bei Agro Berlin. Das war für ihn eine Herausforderung, 100 Prozent, Bruder. Und wir haben ihm da so ein bisschen Support gegeben, weil Bushido hat das gut vermarktet, sah gut danach aus. Wir hatten halt auch den Straßenbezug damals durch Schöneberg und haben da rumgegangen. Und es war ja dann irgendwann auch klar, dass wir die Abteilung dafür sind bei Agro Berlin in der Firma. Also wenn es da jetzt Beef gibt mit irgendjemandem, sind wir die erste Fraktion, die angreift. Ich glaube, bei den Rockern sagt man Nomads, ne? Und wir waren so diese Nomads. Wenn es bei Agro Berlin darum geht, dass jetzt jemand den Beef klärt, dann waren wir das, 100 Prozent. Und wir haben auch angegriffen. Sido war ja schon sehr krass verbandelt in der Hip-Hop-Szene. Er hatte eine Vergangenheit mit Star Warsch. Er hat sich auch, glaube ich, nie so richtig getraut zu Arschidisten, so wie die Jungs das gemacht haben. Das haben die sich ja mal den Schuh angezogen. Agro Berlin ist am Ende kaputt gegangen, weil Bushido ist gegangen. Bushido ist gegangen und wusste für sich, das Ding, warum Bushido gegangen ist, Bushido ist nicht gegangen und war sich seiner Sache sicher, weil er so gute Musik macht. Bushido wusste, ab dem Tag sind wir auf jeden Fall, was diese Straßenfraktion ansteht, gehemmt. Wir sind geschwächt. Und darum ist er auch zu Arafat gegangen. Er ist nicht zu Arafat gegangen wegen seinem Schutz in erster Linie, sondern er ist auch gegangen, weil er wusste, den, den er jetzt an seiner Seite hat, den muss er gegen uns einsetzen. Musikalisch konnte er nicht gewinnen. Er wusste, musikalisch sind wir alle on point. Aber irgendwann ist es eine Frage der Zeit, bis wir uns gegeneinander irgendwie hochstacheln. Das ist normal Berlin, Alter. Du kannst nicht im Frieden auseinander gehen. Das gab es für uns nicht. Und er wusste, dass wir in erster Linie ganz krass gehemmt sind. Und darum habe ich auch aufgehört mit dieser Musik. Ich habe das gemacht, weil ich wusste, okay, ich kann nicht mehr weiter Carlo Cucsonten machen. Weil Carlo Cucsonten kannst du nicht ohne einen Araber an deiner Seite machen oder jemand, der danach aussieht. Krass, ich wusste gar nicht, dass das so... Nein, das war richtig Politik. Ja, okay. Und dann war für mich klar, okay, ich halte mich darauf. Ich muss auch so... Und jetzt kommt das, was du vorhin meintest. Dann hat Sido wirklich drei, vier Jahre lang... Also kam Maske, da kam ja ich, das zweite Album. Und da hat Sido mit jedem Schritt, den er macht, versucht in den Mainstream zu kommen, weil ihm das zu heiß wurde. Bushido wurde ihm zu heiß. Die Straße wurde zu heiß. Die ganze Geschichte wurde ihm zu heiß. Und er hatte das Talent. Ich hatte das Talent nicht. Bei mir war's Arbeit. Ich konnte mal einmal Neudeutsche Welle machen. Ich konnte einen Jump Jump machen. Aber ich konnte das nicht... Wie Sido, ich kann nicht ins Studio gehen, einen Kiffen, Bruder. Und ich mach dir da diese ganzen... One Take. Diese Muttergefickten... Diese Psycho... Vergleiche. Nein... Hits... Hits... Hits.... Ja, er hat Themen ausgepackt, hat gemacht, hat gemacht, hat gemacht. Und dieser Bundesvision Song Contest Move und dieses Maske Abnehmen und Seitenshit, das war für mich komplett... Ich wollte weg von Agro. Das war für mich vorbei. Und das war ja dann noch der Streit. Sido und ich, die haben uns jetzt nicht krass gestritten, was jetzt die Richtung angeht. Das war für jeden klar. Aber ich hab dann die Attacken abbekommen. Weißt du, wie das auch war? Ich erinnere mich... Das behaupten aber wirklich ganz viele. Ich kann ja eine Situation gezählen, da war ich mit Frissi, da haben wir 2008 oder so... war es die Anti-Ansage, war es die letzte Ansage? Ansage 8, ja, ja, Anti-Ansage. Und dann waren wir da gewesen, Spektor, alle waren da, arm, keiner, wirklich keiner, da hat Farid und Kollege alle gegen Ago geschossen. Flair war der Einzige, der gesagt hat, Jungs, seid ihr behindert, Alter? Wir sind Ago Berlin, was ist denn los mit euch? Also da hast du auch gemerkt, er hat doch keinen Support gekriegt haben. Aber der Einzige, der am Ende wirklich versucht hat, die Fahne noch zu hissen, aber er war der Einzige Ago Berliner, verstehst du das, ich meine? Also wirklich, man muss ehrlich sagen, er war wirklich, das kann ich knallhart sagen, ich war Zeitzeug, ich war daneben. Wir waren bei Pizar im Studio, wir saßen alle da, der eine Dings in der Ecke, macht sein Ding, macht sein Ding, Flair sagt, Digga, was ist denn los? Die ziehen an uns vorbei, Left Lane, einfach links rübergezogen, verstehst du das, was ich meine? Und wir lassen uns das gefallen. Aber warum wollten die nicht mehr? Ah, weil ich sag ja auch, wir hatten ja eigentlich gute Künstler drinne gehabt. Ja, aber das ist genauso wie heute, dass du Newcomer-Rapper nimmst und wir beobachten das beide immer, wir sehen irgendwelche Newcomer-Rapper, die Straßenrap machen und nach einem Jahr sind die alle Klatsche. Oder es ist ein Druck, es ist ein realer Druck und darüber sind sich viele nicht im Klaren. Für mich ist das größte Phänomen in dieser Welt, dass wirklich Leute denken, diese Musik hat keinen Preis. Für mich ist das größte, die größte, die größte Psycho, wie sagt man, die größte Paralleluniversum oder wie man es auch nennt, oder die größte... Paradoxum. Paradoxum, genau, danke schön, ist für mich so, dass Leute denken, sie können diese Musik machen und denken, es ist nur Kunst. Und bei Argo Berlin zu der Zeit hast du gemerkt, die Leute leiden, die haben alle gelitten, oder wir haben miese Attentate hinter uns gehabt, die Leute wollten uns ficken machen und tun. Und dann hast du gemerkt, es geht, also ich bin ja der, der attackiert wurde, aber meine Attacken sind den Leuten noch mehr zu Kopf gestiegen als mir. Richtig, genau. Jeder hatte Security, dann kamen irgendwelche, dann kamen am Ende doch irgendwelche arabischen Großfamilien mit ihren Security-Firmen bei Argo rein und so. Und für mich war das halt immer nur so, ey, entweder ich verstehe mich mit einer Person gut, dann kann der auch mit mir im Auto sitzen, aber ich werde nicht mit irgendeinem Typen da hier rumgucken. Ich mache mein Ding, Alter. Ich renne nachts durch U-Bahn-Tunnel. Ich scheiß auf... Weil das, was er behauptet hat, das hat auch Alper Gantron sich behauptet. Kannst du dich daran erinnern? Weil der meinte auch, der hat auch ein Messer abgefangen. Also immer die Leute, die quasi auf der Straße... Alper ist auch ein sehr guter Mann. Ja, wir haben die letztes auch in Schöneberg getroffen. Schöne Grüße. Die Alper-Geschichte ist vollkommen richtig. Also Alper war ja jetzt nicht nur einfach ein talentierter Rapper zu der Zeit, sondern der hatte halt auch... Was heißt talentiert? Bei Alper muss man... Könnte der Carlo Cuxnoten machen? Er ist schon Street-Bruder. Nein, von seiner Geschichte, ja. Aber von seinem Talent oder von seiner Art wie Rap, nein. Okay. Alper ist... Das kann ich halt nicht beurteilen. Nein, nein. Alper hat damals wirklich Sido an seiner Seite gehabt und das war schon cool, weil das ist ein sehr gutes Beispiel für... Sido hat ihm die Technik gezeigt, hat ihm die Songs geschrieben oder mitgeschrieben, glaube ich, auch viel. Und Alper war halt sein Typ auf der Straße. Aber Sido hat irgendwann Alper, glaube ich, auch nicht mehr... Also da ist genau der Punkt. Und ein Sido hat einen Alper, also für die Bereiche, wo ein Sido hinwollte, war Alper eine Belastung. Ja, das haben wir dann auch so ein bisschen abgehangen, ne? So ein bisschen abgehangen. Ich kenne nicht die Geschichte zwischen den beiden. Aber es fühlt sich schon an, Bruder. Ja, keine Ahnung. Aber ich kann es auch... Ich habe es schon so beobachtet und es hat sich auch so angefühlt. Wo wir uns mit Alper... Er hat es nie ausgesprochen, aber Wika, keine Nackenintuition, du weißt, was ich meine. Und so, ohne dass man da was sagt, ohne viel zu sagen, man weiß, was er meint. Aber es ist auch okay. Das ist halt, wie gesagt, das ist ja auch ein Argument, was du gesagt hast, so, ja, da, wo er hinwollte, wäre es eher eine Belastung als ein Vorteil. Ja, ich auch. Weißt du? Wie gesagt, das ist nichts gegen Alper. Ich genauso. Ich war für ihn auch eine Belastung. Also in dem Augenblick, das ist immer wieder so in der Musikindustrie und das siehst du heute auch, es gibt ganz wenig Leute, die am Ende der Rap und alles und diese Personalities dahinter so, immer nur so lange, bis es dann irgendwie zu unbequem wird. Und für mich war das, ich war eine ganz lange Zeit bei Agro Berlin war ich auch fünfter Rad am Wagen. Ich habe ja nicht mal einen Vertrag bekommen. Ich habe die ersten drei Jahre keinen Vertrag bekommen. Und das hat er genauso. Er war dann auch, solange er gebraucht wurde, war er gut. Immer einen Soldat holen, der alle fickt. Und wenn du dann halt irgendwie wieder gefestigt bist, meine Ding eine Alternative hast im Mainstream, dann kannst du deine Leute wieder, das ist ganz oft so passiert in der Musikbranche. Aber du hattest nie mit Agro was zu tun gehabt. Du bist quasi in Berlin mit der ersten Berührung und er ist guter Junge in Berührung gekommen sozusagen. Nach meinem allerersten Song. Aber ich will das mal auch für diese ganze Geschichte mit Ja, Sard und Flair und die haben sich gestritten und sind jetzt befreundet und die machen jetzt Musik. Guck mal, wir beide waren immer die Soldaten. Wir sind immer die Typen gewesen, die sich die Hände die Finger schmutzig gemacht haben. Wir sind die, die im Endeffekt Disc verkörpern mussten, was draufsteht. Und Leute, die im Hintergrund sitzen und sagen, ja, ja, ich picke mir das immer so raus und mache und tue. Die kriegen ihre Retourkutsche jetzt mit dem Album. Also das ist ja auch dieses persönliche Ding, warum wir das machen. Weil ich lasse mich doch nicht gegen ihn aufhetzen. Wofür? Ich kenne ihn gar nicht. Warum dissen wir uns? Wir kennen uns gar nicht. Entschuldigung, dass ich schon da breche. Warum wart ihr verstritten? Das war eine ganz normale Loyalitätsgeschichte. Ich bin zur Erstguter Junge gekommen, da war ich 17 Jahre alt. Wie alt bist du, Bruder? 38 jetzt. 38, 17? Ich war 17 Jahre alt dort. Ja, jung, was? Ja, ja. Und dann haben wir mit 18, halb, 19 Jahren, haben wir dann CCN rausgebracht. Und in der Zeit hängst du natürlich mit dem ab. Der hat dann sehr, sehr viel für dich getan. Und wenn du jetzt mein Freund bist und du erzählst mir, dass er dein Feind ist, dann ist er automatisch, das gehört sich ja irgendwie so. Wir sind jetzt eine Crew und die sind eine Crew. Wir sind gegen die und die sind gegen uns. Ist ja völlig das Normalste in der Welt, dass du halt zu dem stehst. Aber eine persönliche Sache zwischen uns. In dem jungen Alter man ist nicht rational genug. Ich bin jetzt mit ihm. Verstehe. Ich bin jetzt mit ihm. Wir machen jetzt dieses Projekt zusammen. Wir verstehen uns ja auch noch, wir kennen uns noch nicht so lange, aber wir verstehen uns ganz gut. Wir sind hier jetzt zusammen. Dann kann ich doch jetzt nicht rausgehen und wenn der jetzt irgendeinen Tiefärger mit irgendjemandem hat, auf einmal morgen irgendwas Neues jetzt, da kann ich mich ja nicht hinsetzen und sage, ja, du, das kannst du machen mal alleine. Damit habe ich nichts zu tun. Also entweder ist man zusammen und zieht zusammen durch. Man trifft ja auch eine Entscheidung, wenn man so einen Weg geht. Entweder ist man zusammen und zieht durch straight gegen alles, was kommt, oder man ist halt nicht zusammen und zieht halt nicht durch. Und dieser Krieg, den ich dann mit ihm hatte, das war ja sehr, sehr logisch. Weil A, Loyalität, B, der Maka kann auch sehr gut reden, Bruder. Also der ist schon so teuflisch. Wie meinst du? Der Bushido ist schon sehr, sehr teuflisch, Bruder. Mich würde auch interessieren, wie die damals... Der geht so in deinen Kopf rein, Bruder, du bist jung, du bist 17 Jahre alt. Ich kannte Kaffee und Arbami spielen und Karten spielen und ein bisschen ein Brüche hier und ein Brüche da. Wie alt ist Bushido jetzt? Wie viel Jahre alt war er damals? Der war schon viel älter. Der war, glaube ich, 28 damals oder so. Das ist in deinem Alter. In meinem Alter? Ja, Bushido ist in deinem Alter. Okay. 78er, 79er, ne? Ja, 78er, glaube ich. Was wolltest du sagen, Flisi? Mach weiter, weil du meinst, das ist wichtig. Ne, und deswegen dieses gegeneinander aufhetzen und im Endeffekt dann halt sich immer die Leute so hinnehmen und spiele mit Herz und Geist der anderen, aber streich für dich die volle Anerkennung ein und sowas. Das sind alles so diese Power-Gesetze, die der da verfolgt hat. Und irgendwann, Alter, kam für uns der Zeitpunkt, wo ich so gesagt habe, ey, warum... Ich hatte eh jetzt vor einem Jahr wieder den Gedanken, Alter, ich mach wieder diese Art von Musik. Dann hat er, war ja lange Zeit mal nicht aktiv, dann wieder mehr aktiv, dann nicht aktiv, er wurde auch wieder mehr aktiv. Und dann denkt man sich so, Alter, für was haben wir uns gezankt? Das ist auf jeden Fall, wenn man sich jetzt getroffen hätte und man hätte sich gar nicht verstanden, wir hätten jetzt gesagt, ey, hör mal zu, wir sind hier wie so eine, weiß ich nicht, wie so eine Pop-Band, Alter, wir treffen uns nur im Studio und dann wollen wir nicht mehr miteinander abhängen, und so, dann hätte man es nicht gemacht. So, und das hat, jeder hat seine persönlichen Gründe, man hat aber auch seine Gründe in der Szene, man hat auch, glaube ich, auch seine, dieses, man will sich auch so ein bisschen seine Punkte zurückholen, 100 Prozent, weil wenn das Album rauskommt, musikalisch und sowas, werden die Leute auch auf jeden Fall sagen, es ist das beste CCN. Das ist ja nur, das ist nur für mich, also für mich vom Künstlerischen so wird es, soll das beste CCN werden. Weißt du, ob jetzt der, Guter Ansatz auch, ob jetzt der einzelne Song, den Angelsong in seinem Momentum übertrifft und sowas, das liegt ja nicht an unserer Hand. Es gibt immer, ich werde nie wieder so einen Song machen wie, guck mal, für ihn war das, du musst dir das so vorstellen, du schaffst es nie wieder, das erste Mal zu wiederholen, weil du hast nur einen ersten Eindruck. Das heißt, seine erste Single, mit der er rauskommt, das war nie ein Rapper. Das heißt, er wird nie wieder nie einen Rapper toppen können. Ich kann auch nicht Neudeutsche Welle toppen. Nie wieder. Das ist das erste Mal, dass die Leute dich gesehen haben. Das ist dein erstes Ding, auch für dich als Künstler und das werden wir auch nicht schaffen. Ich werde nicht mein erstes, also ich habe dann, sowas wie Vibe, war dann so mein zweites, großer Moment. Das war schon ein zweiter Frühling, Bruder. Könnte man so sagen, ja. Aber vielleicht ist es das, für Karlo guckst du unten mal ein neuer Frühling, weil diese Platte, das Wichtigste für mich war, diese ganze Missgeburtenversion da mit Animus, das ist sowieso von vorne bis hinten Quatsch. Die Musik von deren Fraktion ist lange nicht mehr irgendwie Qualität und das ist sowieso das Geilste. Die Leute sollen am Ende diese CD halten, egal ob es das Cover ist, egal ob es das Produkt ist, egal ob es die Videos sind, egal ob es die Songs sind, die Raps, wer gefickt wird, wer nicht gefickt wird. Und das ist erstmal sozusagen, für mich ist das die Competition. Der Rest, Alter, wer jetzt wen hier, ob die jetzt glauben, dass wir bei Real sind oder ob wir es verdient haben oder ob es ohne oder mit dem und dem geht, Alter, Am Ende sollen sie mal die Platte hören und dann Leute, die wirklich diese Musik lieben, werden ja dann selber mit ihren eigenen Ohren beurteilen, ob wir diese DNA... Aber ich kann mir vorstellen, dass auf jeden Fall so ein unterschwelliger Druck da ist, oder? dem Gerechtigkeit, weil die Erwartungshaltung ist auf jeden Fall... Er ist sehr unter Druck. Der will immer perfektionistisch und was weiß ich und oh... Guck mal, aber guck mal, letztens hat mein Bruder gesagt, du bist genau wie Flair. Aber ich sage dir auch, warum. Guck mal, das Ding ist, ohne diesen Druck schaffst du auch diese Leistung nicht. Verstehst du was? Also ich bin sehr, sehr gechillt. Weil ich wollte auch fragen und schon da breche, weil ich kenne ihn ja. Weißt du, ich kenne ihn ja schon 20 Jahre fast. So, ihr habt ja gesagt, ihr kanntet euch vorher nur flüchtig. Eigentlich habt ihr euch gegenseitig nur gedisst vorher. Genau. So. Jetzt aber nicht so oft, wie man so tut. Ich hab dich nie gedisst. Doch, ein, zwei Mal. Echt? Aber so lockerflockig. Das waren vielleicht insgesamt sechs Jahre. Also das war gar nicht Dings. So viel ist das gar nicht, wie die Leute reden. Ich hab mir das letzte Mal ein bisschen gesucht. Guck mal, ganz kurz, bevor du seine Frage beantwortest. Genau wie mit mir und Farid. Guck mal. Da ist ein Rapper, der ist ein Gangster-Rapper. Ich bin ein Rapper, ich bin ein Gangster-Rapper. Natürlich dissen wir uns. Und wenn wir uns dann wirklich mal im echten Leben dann treffen und uns dann anfreunden, was ist denn daran so merkwürdig? Fat Joe 50 Cent. Ich kann dir tausend Dinge in Amerika zeigen. Erstmal zwei Boxer boxen sich doch. Was willst du denn? Was wollt ihr einfach alle? Wollt ihr das, Baba Saat, der Carlo-Koks-Rapper und Flair, dass sie uns nicht dissen? Seid ihr bescheuert? Oh, Medaille und Fraser haben sich gehasst. Ich hab jeden schon gedisst. Danach waren die die besten Freunde. Er auch. Jeden Gangster-Rapper, den es da draußen gibt, hab ich gedisst. Jeden, Alter. So, das ist ja der Sport. Und wenn man sich dann aber anfreundet und sich dann wieder freundschaftlich irgendwie, keine Ahnung, das ist nicht klappt und dann wieder dissen, dann kannst du irgendwann auch sagen, ey, die Jungs sind ja völlig Banane so. Aber jetzt gerade voll die geile Situation. Er ist ein Gangster-Rapper, ich bin ein Gangster-Rapper, er wollte Carlo-Koks nur machen, ich hab gemacht. Natürlich haben wir uns gebieft, haben uns gefickt. Ohne Bushido wäre das wahrscheinlich auch passiert. Für mich ist das voll die normale Sache. Du willst dich ja testen, du willst ja gucken, wie der rappt jetzt, wie meine Platte vor, oder wie er denkt, ich rappe nur wie, oder wie, oder wie. Na Mann, natürlich, ist ja die beste Grundlage. Ist ja die beste Grundlage. So wär's dieser Sat, er macht das auch. Verstehst du? Und dann trifft man dich zum ersten Mal im Leben und sagt, ey, weißt du was, wir haben uns jetzt persönlich kennengelernt, können auch alle wissen, wir haben uns vorher nie persönlich gesehen. So, und jetzt habt ihr den Salat. Bruder, wir sind schon sehr, sehr verschieden, muss ich sagen. Er ist sehr, sehr so, ich weiß jetzt nicht, ob man das jetzt professioneller nennen darf, oder keine Ahnung, der ist sehr, der interessiert sich, ey, was für ein Plug-in ist unter den Drums und was ist, ich sitze da so zwei Stunden manchmal, Bruder, ich gucke mir das dann so an, ich denke mir, Bruder, wir machen Carlo Cooks unten. Aber Bruder, ich kann dir eine Sache sagen, ja, ich weiß, was du meinst, ich weiß, was du meinst, du brauchst das Dreckige. Das muss trocken sein. Nein, wir müssen da, und hier, der, der Drake mastert, muss uns mastert. Ich gucke ihn so an, ich sage, Bruder, mach es so an, Bruder. Weißt du, ich sehe nur, hat der Bruder auch. Naja, wir sitzen gestern, ich erzähl dir mal schnell, zählt Kaffee, der Master raus, damit ich das andere finde. Wir sitzen gestern im Studio, wir haben den Final Mix gemacht und so, das klingt geil. Für mich, es muss nicht mal gemastert werden, das klingt doch schon geil. Der, achso, der Typ, der Kollege, der das mischt, Burka. Burka. Ich höre das nicht an Burka, genau. Der hat auch eine Version gemacht, wo er das auch gemastert hat. Ich habe mir das dann angehört, ich sage, geil, klingt sehr, sehr gut. Dann kommt der runter, aber, gib mir doch mal hier, was weiß ich, weil ich schicke das jetzt nach Texas. Ich gucke den so an, ich sage, Bruder, Texas ist für mich sehr weit weg, Bruder. Ich sage, was für Texas ist, Weiß ich mal, dass du verstehst. Ich sage, was willst du mit Texas? Ja, da master Drake. Ich sage, Bruder, Drake ist ja nochmal, was habe ich mit Drake zu tun, Bruder? Ich höre arabische... Ja, nicht mit Drake, Bruder. Da machst du noch normale Gangsterrapper, nicht mit Drake. guck mal. Nee, nee, ich erzähle die ganze Geschichte. Dann macht er so Spotify auf, Bruder, da macht mir irgendwelche Dr. Dre Alben an, guck mal, wie die Snare ist. Ich gucke mich an, ich sage, Bruder, das klingt kacke. Die S-Laute sind voll Dings. Ich schwöre es dir. Also wir sind von der Arbeitsweise sehr, sehr verschieden. Beide sehr, sehr fleißig. Aber er liegt wert, er liegt sehr, sehr viel wert auf Sachen, die für mich eigentlich egal sind. Für mich ist halt wichtig, das, was ich sage, die Stimmung und, weißt du, die Aussage und die Atmosphäre ist wichtig. Für ihn ist das auch wichtig, aber dieses Drumherum, lass mal ein Foto machen mit Katja Stuhl, Katja, Entschuldigung, Katja Kuhl. Ich habe mir sogar gesagt, ja, Katja Stuhl, voll cool, die guckt mich so an, die heißt Katja Kuhl. Tut mir leid, wusste ich nicht. Wer ist Katja Kuhl? Das ist so eine Star-Fotografin. Also, ja, ist keine Star-Fotografin, aber, so eine krasse Fotografin. Ja, aber es geht, guck mal, für mich geht es ja dann im Endeffekt darum, das Produkt muss ja komplett, ich will nichts auslassen. Ich will einfach nichts auslassen. Und, das Geile bei diesem Produkt ist, ich, Bushido und Saad, deren CCN und so, da waren ja auch viele Sachen, die mir gefallen haben. Verstehst du, das sind ja auch viele geile Sachen, die ich dann verloren habe. Ich so, boah, krass, okay, wir waren bei, ich komme da an mit den Carlos und komme da an mit der Mode und komme an mit der Geschichte, dann ist der der Titel, der Titelbar und die haben es geil weitergeführt. Okay, wie führen wir das jetzt auch wieder weiter, optisch aber auch, vermarktungsmäßig. Eigentlich ist das, was er, glaube ich, also im Studio sowieso, ich bin halt mittlerweile selber ein Produzent geworden. Nur weil ich jetzt nicht meine Produzenten da irgendwie jedes Mal ausnehmen möchte für jedes Nerv, die ich sage, so, die Leute sollen nur wissen, ich produziere jeden Beat mit, Alter. Und ich mixe jeden Song und ich nehme jeden Song auf. Jeder Song, der, jede Saadstrophe, die aufgenommen ist, oder ich, die nehme ich auf. Und wir beide sind beide in der Gesangskabine und dann sagt er, Flair, das ist nicht gut oder ich sage ihm, das ist nicht gut. Das machen wir. Und dann geben wir die Strophen rüber und dann mische ich die und dann sage ich dem Buakka, du brauchst so jemanden wie ihn, der das geil umsetzt. Du brauchst geile Produzenten, die da die Geduld haben, die das auch umsetzen können, die das Wissen haben, die Routine haben so. Aber ich habe dann eine konkrete Vorstellung, wie man Carlo Cuxnoten so auf Steroiden rausbringt. Weil wir sind, wir leben im Jahr 2024 jetzt. Wir können jetzt nicht den Underground-Sound bringen. So, es soll Underground gerappt sein, es soll Underground gefloat sein, es soll Underground-Themen sein, Underground-Samples, Underground-Beats, wie die auch gemacht sind, die sind eins zu eins Underground. Aber ich sage halt nur, ey, okay, super, das ist wie Bad Boys 2. Bad Boys 1, die haben einen Porsche und fahre ein bisschen rum. Bei Bad Boys 2 dicker, dann fliegen da halt die Porsches durch die Luft und nochmal andere Kameradinger. Das ist für mich so, ist ja auch eine geile Sache. Du kannst, du hast ja etwas und du kannst, du darfst, das ist auch sehr richtig, was er sagt, du darfst natürlich nicht die DNA verraten. Es darf jetzt nicht wieder ein Dings werden. Ein Flair-Vibe-Fick-Misch-Tot-Album so. Oder mit Autotune auf einmal oder sowas. Dafür ist er ja auch, ist sehr gut, dass ich das mit ihm mache. Das Hengst-Ding, was wir da probiert haben, was so Cancer Culture Nightmare, er sollte auch ein CCN-Version sein, war jetzt zu sehr weg davon. Das ist ja auch wichtig, dass ich mit jemandem im Studio bin, der immer wieder sagt, nein, 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 ey, wir rappen jetzt das und wir machen jetzt so und so und so. Aber mir ist schon wichtig, dass ich will, dass wenn ein Jugendlicher heutzutage zum ersten Mal mit 18, zum Beispiel der kleine Bruder von meiner Freundin, der ist 18, 19, die hören La Cassette und die hören Kapi oder was. Die hören zum ersten Mal dieses Carlo-Grucks-Nutten-Album. Und was sagen die? Nein, ich meine, die hören uns vielleicht zum ersten Mal in diesem Carlo-Grucks-Nutten-Bing. Viele wissen das so. Aber die werden zum ersten Mal ein Straßenalbum von uns beiden Typen hören und die kennen so ein bisschen die Geschichte. Und ich will, dass die einfach nur sagen, Alter, das ist auch ein, das ist up to date. Das sketcht uns. Nicht so eine Altbackenmucke so. Ich will, dass es allen, dass es überall, dass man diesen Song im Auto hört und sagt, boah, es hat seine Stimme, boah, der Mix, oh was so. Und dann natürlich, was sagt der der und wie sagt der und ist der Assi und was hat der für eine Stimme und so. Aber ich nehme ihn halt wirklich auf und sage, ey Bro, ich habe mit deiner alten Sache angehört, ich will, dass du die Stimme bei dem Song machst oder nein, nein, jetzt will ich, dass du den Assi machst oder jetzt will ich das oder das und dann sage ich auch oder er sagt auch manchmal, ey Flair, nein, nein, mach die Hook noch einfacher und noch behinderter oder nimm mal, ich habe bei einer Line sage ich, zu einer, zu einer Female Rapperin so einfach nur so, ich scheiß auf dich passt. So. Oder ich bin Berliner, du Schwanz, du bist ja niemand, du Schwanz. Deswegen die beste Line. Das ist eine geile Line übrigens. Aber wie ich es gesagt habe, du musst das im Contest und wie er das dann gesagt hat auf dem Beat und was sagt er davor, was sagt er danach, total. So, und in diesen Augenblicken da weiß er ganz genau, ey, nein, das ist hier der rote Faden. Ich will halt, guck mal, ich sage einfach nur, das haben wir auch, wenn wir Diskussionen im Studio haben, das, was er sagt, das soll es 100% sein, es soll aber dann halt auch noch die anderen Sachen auch noch sein. Also einfach. Guck mal, ich glaube, diese Symbiose ist schon richtig gut. Weil guck mal, der Unterschied ist, glaube ich, zwischen euch, er ist es gewohnt, viel aus der eigenen Unabhängigkeit auch zu agieren. Weißt du, was ich meine? Deswegen hat er sich ins Produzententum, ins Mastertum, Mixingtum, ne? Ja, ja, ja. Er hat sich da krass reingearbeitet. Ich meine, wenn du schon mit 17, er ist guter Junge warst, da wurde ja quasi auch viele schon mit errandet. Ne, da stand alles. Du musst noch jede Musik machen. Er musste ja quasi im feinsten Atom selbst alles sich erlernen. Nur bei ihm ist halt, das habe ich ihm auch oft privat gesagt, weil ich bin genauso wie er. Weißt du, es geht immer besser. Und manchmal muss man lernen, bei 95 Prozent den Sack zuzumachen. Ja, genau. Weißt du, was ich meine? Sonst verrennt man sich. Genau. Weißt du, und irgendwann macht man den Song tot. Dann hat man irgendwann keinen Bock mehr. Aber lass mal, wir beide auch einen geilen Kodex machen, Bremer Stadtmusikanten, Bruder. Ja. Sowas in dem Stil. Bruder, hast du das Label gehabt mit den Bremer Stadtmusikanten? Das Logo. Wir machen unser eigenes, eigenes CCN mit Bremen. Mit was? Mit Bremen, Bruder. Bremer Stadtmusikanten. Wir haben sogar das... Über Fischbrüchen. Über Fischbrüchen. Reden wir Dings. Guck mal. Lass mich nicht anfangen, bitte, Bruder. Was wollt ihr denn in Bremen rappen, ihr krass? Mit Bremen, Bruder. Lass die mal für mich. Jetzt kommt diese Diskussion. Ja, aber... Hör zu jetzt. Aber so, also, würdest du sagen, Saad, ist bei dir jetzt auch schon auf jeden Fall Druck auf der... Nee, nee. Also bei mir ist komplett absolut gar kein Druck. Ja, er macht aber auch Erwartungshaltung auch, weil du hast ja auch zwei CCN-Zweiburg. Guck mal, ich sag dir was. Ich weiß genau, was ich kann. Ich weiß ja auch mittlerweile, was er kann. Ich weiß ja, was wir mittlerweile gemacht haben. Wir haben ja schon... Eins, das Album ist ja fast fertig eigentlich. Wir brauchen vielleicht noch ein, zwei Tage. Ich weiß, was wir für eine Musik gemacht haben. Ich weiß, was die anderen, die so ähnliche Musik machen, gerade für eine Musik machen. Und das ist schon sehr, sehr weit weg davon. Also ich bin mir da schon sehr meiner Sache sicher. Natürlich, ich kann nicht in irgendwelche Köpfe gucken, wie die Leute das finden. Aber ich, für mich selbst, ich bin so super, super zufrieden. Und wenn du dann damit nicht zufrieden bist, Bruder, dann ist mir das egal, weil ich bin damit Bei uns ist das gar nicht das Problem, weil wir verstehen ja den Film. Nö, nö. Und da kommt ja Flair ins Spiel mit diesen Plug-In und irgendwelche Drake-Sounds oder was weiß ich was, dass das dann halt irgendwie so ein bisschen moderner wohl klingt. Aber wie gesagt, Druck unter Null. Ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden. Das ist genau so, muss es sein. Geile Diss-Songs, geile atmosphärische Songs, geile Storyteller, geile Dings. Ich habe heute ihm was vorgeschlagen, dass wir noch so einen Storyteller machen über so einen Junkie, so einen Junkie-Alte, die eine Junkie-Mutter hatte. Und der Bruder ist dann irgendwie auf die schiefe Bahn gegangen, wegen seiner Schwester, weil er sie Dings, wie hatte ich heute, wurde. Weil er seine Schwester rausholen wollte? Nee, der Bruder hatte sich dann um seine Schwester gekümmert, weil seine Mutter ein Junkie war und sie war einfach keine gute Mutter. Und dann ist aber die Schwester später, obwohl der Bruder in den Knast gelandet ist wegen ihr, ist die Schwester später auch so eine Junkie-Mutter geworden, weil die es irgendwie nicht anders kannte. und am Ende ist dann halt irgendwie, wenn sich der Song dreht, dass sie dann doch wieder ihren Bruder braucht, das merkst du dann, wie der Song anfängt und aufhört. Die Idee hat sich heute Morgen im Bett, Alter. Das ist schon krass, mit dem Niam-Kohlig. Das ist schon nicht Adabest, so, ne? Ja, ja. Das ist dein libanesischer Adabruder. Ja, aber das ist die südlibanesische Adabruder. Da ist es, würde man sagen, Emdachs. Ja, ja. Das ist ein tiefer Tal der Tränen. Ja, aber das ist wichtig, weil es gibt halt sehr viele Leute, guck mal, wir leben, wir vergessen immer schnell eine Sache, wir leben zwar 2024 und die Leute hören gerne Drake und so, aber die Leute haben immer noch Sorgen und ich glaube, den Leuten geht es heute finanziell viel schlechter als damals, als wir angefangen. Damals war alles gefühlt ein bisschen mehr Ghetto und mehr hart, weil die Männer noch Männer waren und nicht irgendwelche komischen, du weißt doch, Schweine, also da war ein Mann ein Mann und der konnte nicht irgendwie ein Baum sein, weil er gerade sich wie ein Baum fühlt. Komm mal, weißt du, was ist der Unterschied ist, Bruder? Was denn? Auf der Straße wusstest du, wo du bei jemandem bist. Genau. Wenn er dich ficken wollte, dann weißt du Bescheid. Verstehst du, was ich meine? Hat er gesagt, soll er da und da hinkommen? Kommst du mit Messer, kommen wir auch mit Messer. Verstehst du, was ich meine? Aber unabhängig. Aber in der heutigen Zeit, da gebe ich dir recht, das Problem ist, weißt du, die Leute, selbst die sogenannten Datemacheatus, weißt du, was ich meine? Die ficken dich halt auf eine andere Art, auf eine andere Hinterliste. Da sind wir bei den Kenzel-Klatscher-Scheiß und sowas. Genau. Und das ist das Geile beim Street, der Kodex ist, du weißt direkt, wo du stehst. Also früher, in meiner Zeit war das so. Sag mal Ibo da und da, ich warte auf ihn, ich fick ihn. Verstehst du, was ich meine? Easy. Easy. Und dann wusstest du Face-to-Face, mit wem du es zu tun hast. Das ist halt dieser geile Kodex, was wir auf der Straße hatten. Kommst du mit deiner Klicke, komme ich mit meiner Klicke. Nimmst du Waffe in die Hand, nehme ich auch Waffe in die Hand. Ganz einfache Spiel. Aber wie gesagt, nochmal zurück zum Thema. Ich glaube, damals ging es den Leuten besser als heute, oder? Ja, also die Leute, die Leute haben mittlerweile, ich habe ja, weißt du, ich habe sehr viel mit sehr vielen Leuten zu tun. Die Leute haben Sorgen, die haben finanzielle Sorgen, Familien gehen kaputt, die wissen nicht, wie die Monat bänden, Bruder. Wir haben ja wirklich Wirtschaftskrise momentan. Natürlich, Bruder. Und so Songs gehen halt hier rein. Also ich meine, das ist ja auch CCN, das ist ja auch Straße. Genau, das ist ein sehr springender Punkt, Jungs, weil eigentlich ist es ein sehr, sehr sozial, es ist eigentlich sozial kritisch, Bruder. Das ist so wie Dings, Ich bin jetzt kein Tupac-Fan, in dem ich war immer Biggie-Fan mehr, aber das ist, das ist wichtig, Bruder, weil die Leute, normalerweise, die Leute, die Hip-Hop hören und Rap hören und sowas, das sind Leute, die irgendwie von irgendwoher kommen und die wollen eine Stimme haben. Verstehst du, was ich meine? Und du gibst denen halt mit so einer Musik eine Stimme und das ist keine belanglose Musik. Natürlich diese ein, zwei, drei, fünf, sieben meinetwegen Disstracks, die wir da machen, sind in dem Sinne belanglos, irgendwann zehn Jahre später, weil du hörst ja jetzt nicht Disstracks zehn Jahre lang an, aber diese Songs, die dich touchen und berühren, Bruder, die hörst du 20, 30, 40 Jahre lang. Verstehst du, was ich meine? Das ist sehr, sehr wichtig und keiner soll mir erzählen, ja, aber Toilette? Keiner soll mir Gesundheit, mein Bruder. Alles gut. Keiner soll mir erzählen, ja, passt diese Musik heutzutage noch oder nicht, weil damals war ja anders, nee, Bruder, den Leuten geht es heute viel beschissener als damals. Ja, ja, da bin ich bei dir, Bruder. Das Ding ist halt, meine einzige, einzige, wirklich einzige Sorge ist, ob diese Leute das noch, also ich habe manchmal das Gefühl, die sind so blutleer, diese Jugend, verstehst du, was ich meine? Ja, ja, voll. So dieses einfach, so eine blutleere Jugend, Bruder, da wo dieses Verständnis, ich fühle das so hunderttausend Prozent, Bruder, weil wir sind alles Kinder, keine Kinder von Traurigkeit. Normal. Gerade wir, ich weiß selber, die das Immigrationshintergrund und so haben, wir hatten es alle nicht leicht und für uns war dieser Hustle auch real und deshalb haben wir das immer viel mehr gefühlt und vor allem in der Zeit, wo es eigentlich uns besser geht, sage ich mal, aber auch wir waren ja betroffen auch mit 16, 15 und wenn jemand an so einer Musik wie Tupac oder wir sowas gehört haben, Bruder, und wir irgendwie, keine Ahnung, irgendwie mal einen Satz vielleicht verstanden haben, wir waren schon, Bruder, komm, was ist der Rap, Bruder. Verstehst du, was ich meine? Wer konnte von uns dann perfekt Englisch, keiner, aber wenn der eine, der ein bisschen schlauer war und ein bisschen mehr bessere Schulenglisch konnte und der hat es übersetzt, der hat es übersetzt, wir fühlen es, er fühlt uns, verstehst du, was ich meine? Man fühlt sich verstanden und das ist ja eigentlich der Grundkern und meine Sorge ist immer in der heutigen Zeit, weil manchmal ich gucke, Bruder, ich denke mir so, Bruder, was ist mit der Jugend, Digga? Bruder, Beziehungen sind nicht mehr die, Bruder, aber auch so die, alles ist so schnell, das liegt am Internet, Bruder. Ja, das ist eine schnelle Zeit. Sehr schnelllebig alles. Schnelllebige Zeit, neues iPhone ist draußen, keiner will mehr was von den iPhone. Genau, und deswegen sollte man diese Songs machen, die die Stadt schon wollen, das kann nicht schnelllebig sein. Wenn ich heute XY disse, dann mag der Hörer vielleicht den heute nicht, aber vielleicht nächste Woche hat er einen Song, den er mag, dann mag der den wieder. Aber wenn ich dann den aus der Seele spreche, über seine Sorgen rede und so weiter und so fort, Bruder, die Sorgen würde er ja im Normalfall jetzt nicht drei, vier Tage nur haben. Richtig, richtig. Die Sorgen kommen immer wieder, gehen und kommen, kommen und gehen halt. Und deswegen bin ich da tief und entspannt, Bruder, wir haben geile Musik gemacht und Songs mit Aussagen und das können nicht mehr so viele Rapper machen. Damals war gefährlich ein bisschen, weil andere hatten auch dieses Talent, aber heutzutage die deutsche Rapszene ist ja komplett auf einem ganz anderen Film unterwegs, Bruder. Die erzählen dir irgendwas von Gucci und Drake und was weiß ich, was für ein Blödsinn da. Irgendwelche Schuhe da mit XYZ, X90 Speed. Bruder, so ein Schuh hat einfach so einen Namen, Bruder, der so einen halben Meter lang ist, weißt du, ich meine. Und deswegen bin ich da sehr, sehr guter Ding, Bruder. Bruder, der Rumänisch, ich glaube auch, dass das sehr viele Leute nach wie vor erreichen wird, auch wenn man glaubt, okay, also auch wenn man Augenschein nicht denkt, in der heutigen Zeit, wer soll das noch verstehen, weißt du, ich meine, glaube ich, da gibt es noch genug von unserer Sorte und auch jüngere Leute. Inhaltlich ist es viel mehr, nee, inhaltlich war, unabhängig jetzt davon, dass wir uns für was Besonderes halten bei Carlo Cuxnuten, geht es ja viel mehr in die deutsche Fraktion. Könntest du einen Kontra-Kar eigentlich nehmen und sagen, der macht manchmal auch Carlo Cuxnuten-Style finde ich. Oder Samra. Also, wenn es darum geht, dass es ein Verständnis dafür gibt, ist das das Naheliegendste, was du machen kannst. Auf jeden Fall. Weißt du? Sag ich auch. Und ich kann ehrlich auch gesagt, diese ganzen Leute, die dann halt, der sechste Typ, der irgendwo von einem schönen Dorf aus Stuttgart kommt, der mir dann was von Rap erzählt und sowas, ich kann das auch alles nicht mehr ernst nehmen, Bruder. Also, da gibt es jede Woche einen neuen, der einen anderen Ami-Rapper kopiert und hin und her und dann auch noch Erfolg damit hat und so, weil irgendjemand den ernst nimmt. Für mich ist das alles Quatsch. Und vor allem, das sagt auch nichts aus, Bruder, weil ich erinnere mich an keinen von denen. Es weiß ja auch keiner, wie die aussehen. Ich weiß auch nicht, wie die aussehen. Ich erinnere mich an keinen. Irgendwann weiß ich, okay, wenn ich jetzt den Namen fünfmal höre, jede Woche einmal am Freitag, wenn dann die Songs rauskommen, weiß ich den Namen. Bruder, ist einer einzig gegangen auf Trend? Ich kannte den nicht. Wie heißt er? Heißt er an AKZ? AKZ? Den feiere ich aber, Bruder. Der ist aber krass. Aber gut, aber ich kannte ihn nicht. Der ist neu, Bruder. Der ist einfach drei Wochen alt. Wer ist das? Mit Brille, dünn. Der ist drei Wochen alt, Bruder, einfach. Wer ist das? 16, 17? Nein, nein, der ist schon. Aber der rappt doch cool, ne? Super. Aber ich kannte ihn. Das war jetzt erstmal so für mich wieder. Der zum Beispiel, der bedient sich ja auch an diesen Sachen. Der hat gerade auch euer Beef, euer Beef, sag ich, euern Beat gecovert. Diesen Dreckstück. Und haben wir das auf Eis gegangen? Der rasiert alles weg mit dem Dreckstück. Der hat natürlich keine Liebesgeschichte draus gemacht, aber so geile Sachen, Bruder. Ich wechsle jeden Tag zehn Wagen, jeden Tag, was weiß ich, so auf Paranoia und Koks, Moks. Geile Sache. Ich feiere das, was er macht. Aber wie gesagt, das müssen wir natürlich weiter beobachten. Soll ich stabil bleiben, soll ich nicht abdriften. Genau, das ist es. Aber wie ist es mit Feature zum Beispiel? Gibt es da auch einen gewissen Dings, die man einhalten muss? Nein, ich lebe davon, dass man wirklich alleine ist. Also es gibt bei euch keine Features. Muss es auch nicht sein, Bruder. Komplett alleine. Du musst dir vorstellen, wir beide, The Beef, 20 Jahre lang, weißt du, wir Featuren uns ja in der Gegenseite. die mit reinnehmen können, Bruder? Wir sind auch Dings. Wir sind Street, Bruder. Nächstes Mal. Wir sind mies. Nächstes Mal. Unsere Texte. Nächstes Mal. Nein, Spaß. Nee, aber keine Features. Ist auch nicht nötig und funktioniert auch nicht. Es rappen nicht mehr so viele. Wer soll denn da draufpassen? Vernünftig. Ich glaube, da passt kein anderer drauf. Was ist mit Eco Fresh? Nein, Bruder. Aber der war doch auch ein guter Junge. Ja, ja, aber der passt nicht in den Seil rein. Der war nicht Street. Bruder, ich kenne mich nicht aus, deswegen frage ich. Er war in der Fraktion dabei. Eco ist ein netter Kerl, ein lieber Mensch und so, liebe Grüße. Aber der von seinem Dasein, der hat ja nichts mit dieser Musik zu tun. Aber hat er nicht damals für das Ers guter Junge-Camp die Texte geschrieben? Für Bushido hat er geschrieben, ja. Alleine hier dieses Sonnenbank-Flavor, hat er das? Ja, hat er geschrieben. Aber das hat ja nichts mit CCN zu tun. Achso, okay, verstehe. Das ist ja eine ganz andere Musik gewesen. Da war er auch noch, glaube ich, gar nicht in dem Camp, ne? Was war der? Da war er noch gar nicht in dem Camp, oder? Wo CCN 2 war? Nee, nee, da war er noch nicht da. Der kam später. Der kam später. Der kam nach CCN 2 und ging dann vor CCN 3 irgendwann. Mit diesen Projekten hat er nichts zu tun gehabt. Hust du's? Ich hab mich verschluckt. Echt? Ja. Aber Dissen tut ihr trotzdem. Ja, viel, schlimm. Viel und schlimm. Ja, schlimm. Das gehört zum guten Ton auf jeden Fall. Auch in der DNA. Irgendwie, also, sorry, irgendwie damals nicht so. Ja. Aber jetzt ist halt, also was mich so belastet oder was meine Kunst belastet und was, durch diese, durch dieses Internet und durch das jeder sich vor die Kamera setzen kann und seine Meinung sagen kann, du musst viel Ballast beiseite räumen. Mhm. Viele Leute nehmen sich die ganze Zeit was raus, weil sie halt denken, sie könnten das machen und weil sie im Schutz von Polizei und Polizeischutz oder halt auch im Schutz von der heutigen Gesellschaft, da darfst du, wenn du da, wenn du jemanden zur Konsequenz ziehst, dann bist du sofort der Buhmann in der Musikindustrie. Es gibt tausend, tausend kleine Eierköpfe, die haben früher, hätten dich nicht eine Sekunde getraut, was gegen mich zu sagen oder gegen, jetzt hast du wirklich so, die machen das, die probieren es dann mal und so und dann wird schon nichts passieren. Und da gibt es wirklich viele Leute, also ich will wirklich auch mit dieser Musik, deswegen habe ich mir das auch vorgenommen im letzten Jahr, ich brauche das für mich, Alter, ich will diesen Leuten einfach, es gibt viele Leute, die nehmen sich zu viel raus und da muss man halt auch dann diese Art von Musik machen, um die mal wieder auf den Boden zu holen, sozusagen. Um die auf den Boden zu holen. Wie kann es denn sein, dass jetzt mal wirklich, ich will jetzt keinen Fass machen, wie kann es sein, dass eine Shirin David sich traut, gegen uns überhaupt was zu sagen. Gegen Rap, die ist nicht Rap, die ist eine YouTuberin, die hat dann mit dem Arsch gewackelt, wir haben die auch reingelassen. Finde ich auch schön, wenn man eine hübsche Frau auf der Party mittanzt. Aber hast du nicht ein Feature mit dir gehabt? Nein, nein, nein. Mit Katja. Mit Katja. Ah, stimmt. Und finde ich auch schön, wenn so ein paar hübsche Frauen auch rappen und so und jeder kann auch rappen und so. Aber wir sind, dass es so weit gekommen ist, dass so eine Eier, so eine Eierolle, Alter, dass sie sich das traut. Ich finde das so krass. Und ich glaube mir, dieses Album wird vielen Leuten sagen, also auch was er heute wieder gerappt hat, oder? Er ist ganz dezent, der Diplomat. Bruder, ich sag dir wirklich, das wird für viele sehr, sehr schlimm. Echt, ja? Ja, das wird sehr, sehr schlimm. Und viele da draußen auch, die dachten, Ach, Flair hat mich schon wieder vergessen. Oder Saat hat mich schon wieder vergessen. Es wird sehr, sehr schlimm. Flissi, vergiss nicht, Bruder. Ich vergesse nicht, Bruder. Flissi, vergiss nicht. Nein, Bruder, Bruder. Und wir haben auch noch zwei Songs, können wir auch noch mal ein bisschen... Nochmal? Wir haben ja noch zwei Songs Zeit. Ja, willst du? Nochmal mehr rauf. Weiß ich, das reicht eigentlich, Bruder. Die Videos müssen auch eine DNA haben. Ja, klar. Wie viele Videos gibt es? Wissen wir noch nicht, aber die erste Street Single muss natürlich Welle sein, so auf coolen Straße. Ja. Und dann gucken wir mal, wie wir weitermachen. Aber die erste wird natürlich cool einfach. Straße draußen, Berlin. Wir drehen ja die Stadt um. Wer macht die Videos? Das erste, die du machst, Orkan. Der ist der... Kennst du den auch, oder? Ja. Der ist der... Du kennst den Uelkohan, ne? Unseren Anwalt. Der mit den blauen Augen. Der der... Von seiner Frau ist es der Cousin. Ah, cool. Orkan. Aber hat der nicht auch viel Bushido gemacht? Ja. Hat er. Hat er auch. Aber das war nicht wild, Bruder. Das war nicht schön, dass er seine Arbeit am Ende sagt. Eine freie Marktwirtschaft. Ja, eine freie Marktwirtschaft. Dann kannst du nächste Woche auch mit Bushido hier sitzen. Aber er macht gute Videos, muss man sagen. Der macht die geilsten Street-Videos. Macht geile Street-Videos. Wer waren die, mit denen du früher gemacht hattest? Orkan Che. Nein. Black Dolphins? Nein. Die hatten damals... Die sind auch krass groß geworden später. Wie hieß die? Wie... Mit... Chao Grasado. Ja. Hast du mit denen gearbeitet? Ich hab denen groß gemacht. Echt? Der hat coole Videos gemacht. Für du bist dann Chao. Gern geschehen. Der macht coole Videos, Bruder. Ja, ich weiß es sogar noch. Aber ich will mich mit Hip-Hop nicht aussehen. Der hat geile Bilder, Bruder. Der macht geile Videos. Ja? Ja, ja. Find ich. Hast du unsere Videos mal gesehen? Nein. Aber ich hab dich live gesehen, Bruder. Zucka, ich küsse dein Herz. Wo denn? Jetzt sehe ich dich doch live. Ach so, so meinst du. Okay. Aber vorhin, was du meintest zu diesem Sozialkritischen, ähm, gibt Leute, die betrachten das alles und die können dann mit so einer intellektuellen Sichtweise sozialkritische Musik machen, aber wir sind ja im Endeffekt die Konsequenz aus dieser sozialen... Das wollte ich grad sagen, das ist ja gar nicht so, was ich meine. Nicht dieses... Ich meine, aber sozialkritisch, so wie wir machen, im Endeffekt, das würde ich den ganzen Intellektuellen daraus auch mal gerne ans Herz legen, dass sie das mal mit Abstand betrachten und uns mal die Musik machen lassen. Wie sind ja immer die Konsequenz aus diesen sozialen Umständen? Genau wie auch jetzt La Cassette oder irgendwer. Du kannst nicht diese Leute nehmen, du kannst nicht die Musik nehmen und sagen, boah, das ist Gewalt verherrlichen. Sondern es ist in dem Sinne sozialkritisch, dass ja Leute ins Studio gehen und Musik machen und dir den Spiegel vorhalten und sagen, so ist gerade die Realität. Und es ist genauso, wie er gerade gesagt hat, die Welt sieht nicht gut aus. Wenn ich durch Berlin fahre, ist noch mehr Ghetto, noch mehr Straße, noch mehr krasser als früher. Und deswegen glaube ich, ist die Musik dann genau das, was die Leute gerade fühlen. Das ist jetzt aktuell, aktuell denn je, Bruder. Ich sage dir ehrlich, darum meinte ich auch, wo du gerade weg warst kurz, blutleere Jugend, Bruder, da muss was passieren, Digga. Die müssen wachgerüttelt werden. Aber es geht sozusagen hier auch in dem Projekt nicht unbedingt ums Geld. Wie viel man verkauft, wie viel man verdient. Immer, weil man will ja auch davon leben, man will ja auch dann weiter Musik machen, aber nicht primär. Nicht primär. Und wenn jetzt angenommen, dummes Beispiel, Bushido kommt, sagt, komm Fliese, ich gebe dir drei Millionen, lass uns. Das macht er nicht, Bruder. Angenommen, er macht es. Ist es so ein Kodex, wo man schwach werden würde, oder muss man dem Kodex treu bleiben? Wenn er ihm drei Millionen gibt, ne, und er sagt, nein, ich biefe mich mit denen. Geh hol dir drei Millionen ab, ich küsse sein Herz. Nein, ich könnte das mit denen nicht. Ich habe auch damals schon gesagt, ich mache Fennemille, würde ich mich mit denen vertragen. Ich schicke den Makao einen Kodex. Bruder, drei Millionen, kannst du abholen. Nein, Mann, Alter. Doch, doch. Dann muss ich da ein Jahr mit dem da und dann da wieder rappt und so. Und dann ficke ich denen, weil ich sage, rap mal richtig und so. Da habe ich gar keinen Bock, Bruder. Also es gibt keine Chance, dass ihr euch vertragen habt. Keine Chance. Nee, nee. Obwohl euch so vieles auch in der Vergangenheit verbindet. Mich ja gar nicht mehr. Mich ja gar nicht mehr. Wann habe ich ihn letztes Mal gesehen? Ich habe mich ja vor kurzem mit ihm vertragen. Ja, er hat sich kurz mit ihm vertragen. Ich habe mich ja vor kurzem. Hat er nichts gebracht? Bruder, also ich dachte wirklich erstmal, okay, man entwickelt sich weiter. Der ist ein bisschen cooler geworden, beziehungsweise anständiger geworden. Aber Bruder, das ist der, ne. Mit dem kannst du dich nicht vertragen. Der will das aber auch gar nicht. Der Typ ist einfach so ein Typ für sich. Bruder, das ist einfach so ein, mit dem kannst du nicht sein. Der denkt, der denkt, also die Krankheit, die er hat, der denkt immer noch, dass er der ist von früher. Er denkt das irgendwie noch. Er checkt nicht, dass er das nicht mehr ist. Das komische ist, ich habe ihn ja, also ich stehe ja in seinem Buch drin. Der hat ja ein Kapitel über mich geschrieben, über meine Straßengeschichten damals und auch wirklich zu 90 Prozent. Also ich habe vieles selbst vergessen. Ja, von früher. Aber so wie er damals kam, ich weiß nicht, ob Hussein dir ein Begriff ist von früher. Hussein hat er ja geschlagen, ne? Ja. Hat er ihn geschlagen? Nein, also er kam mit Hussein zu uns. Ich habe damals auch Hussein gedemütigt vor unserer Gruppe, weil er hat damals Bushido mit unserer Gegend gebracht und hat es mit Bushido so umgegangen, als wenn er, weiß ich nicht, weiß ich nicht, ob es jetzt unter Freunden so ein Spaß war, aber ich habe gesagt, ey, benimm dich. Wenn du irgendwelche fremde Leute in unsere Gegend reinbringst, verstehst du, was ich meine, und er respektvoll ist, dann behandeln ihn auch respektvoll vor uns, weil wenn ich jetzt hier als, sage ich mal, der Oberguru dich jetzt klein machen würde vor ihm, würde dir das auch nicht gefallen. Und ich habe Bushido damals dort kennengelernt, ein paar Sessions von mir war er dabei gewesen, ich habe den aber nie wahrgenommen und er hat damals auf jeden Fall einen netten Eindruck gemacht. Also so habe ich ihn damals kennengelernt, aber flüchtig, ich hatte ihn schon vergessen. Ja, so. Und er hat aber eine gesunde Affirmation gehabt damals, das weiß ich noch. Der hat damals gesagt, kannst du dich noch daran erinnern, der hat damals gesagt, die werden alle sehen, Ibo, wo ich zu Hüseyin Klartext gesprochen habe. Das hat er wirklich gehabt für Sie. Er hatte eine gesunde Affirmation, er hat gesagt, die werden alle noch später sehen, Ibo. Jetzt sind sie so, aber die werden noch später sehen. Und dann habe ich ihn nie gesehen und dann irgendwann in meinem Laden, ich hatte ja damals, wie gesagt, mein Bruder Dönerlehen gehabt, da kam so ein Typ, der wollte immer ein Feature mit einem bekannten Rapper, den wir auch kannten. Und ich meinte, Dicker, Chrissy, du bist gerade neu im Business, so lass mal, ich will dir nichts versprechen. Und der hat mir auf meinem Laptop, meinte er, ich habe hier was für die Langeweile über USB-Stick, hat er mir da auf dem Laptop so ein E-Book gelassen. Ich sage, was ist denn das? Er hat gesagt, das ist das neue Buch von Bushido, vor 20 Jahren, wo er sein Buch rausgemacht hat oder wie lange das auch her ist. Und dann habe ich das tatsächlich mal so überflogen und da war so ein Kapitel, Himmel über Berlin und ich rufe meinen Bruder an, ich habe richtig Flashbacks. Ich sage, wer ist der Typ? Woher kennt der mich? So, ne, die ganzen Geschichten muss ich ja nicht... Aber ich glaube, da ist auch viel passiert, ich meine, ich habe ja... Und ich kannte den nicht und damals war ich mit meiner damaligen Ex-Frau, waren wir bei Rush Hour 2 im Kino gewesen. Und da war er auch gewesen, am Potsdamer Platz. Und damals meinte meine damalige Frau, und ich wusste nicht, dass es dieser Bushido ist von früher, der bei uns in der Gegend war. Und der hat mich, und sie meint auch zu mir, er guckt dich die ganze Zeit an, so als wenn ihr euch kennen würdet, und um ihn waren voll viele Leute, die wollten Autogramme und so, tralala, am Potsdamer Platz. Ich meinte, ich habe keine Ahnung, ich kenne den nicht. Und dann habe ich, wie gesagt, über das Buch, da habe ich meinen Bruder gefragt, wer ist das? Er meint, den hast du früher nicht wahrgenommen. Das ist einer, der hatte so Pudelhaare, so Lockenhaare, kam in unsere Gegend mit damals Hüseyin. Da war ich schon mit Basultan Hengst und so schon damals, da hat er nichts gemacht. Da hat er nicht gerappt. Aber was ich damit sagen wollte, ist auf jeden Fall, der hatte eine gesunde Affirmation. Der war eigentlich auch immer respektvoll. So habe ich in Erinnerung. Ich habe das Gefühl, also meine Wahrnehmung von damals, ich rede von ganz am Anfang, Bruder, war, er hat sehr viel beobachtet, Bruder. Er hat nicht viel gesagt, er hat sehr viel beobachtet. Alles, dieses ganze Surrounding, was um ihn herum passiert, das, was wir jetzt von ihm kennen, war überhaupt nicht das, was ich in Erinnerung hatte, Bruder. Er war immer sehr ruhig, Bruder, hat immer alles aufgesogen, Bruder, alles. Alle Informationen, die gab es, so weißt du, er hat an der Cover immer nur so zugehört, da und da, die Beats gemacht. So Fabio war damals ja auch schon so, weißt du, wie die waren? So wir waren halt immer so Street, keine Ahnung. Aber er hat immer aufgesogen, Bruder. Er hat nicht viel dazu gesagt. Er war so still, war immer freundlich, hat immer gesagt, da und da. Er hat halt immer die neuesten Sachen. Er hat immer so Competition, er hat so Handy-Tick gehabt. Er aber auch Bushido, weißt du? Ich hatte damals diese, wie hieß denn diese Nokia, diese aus Metall, weißt du? Schüttel-Titan. Nee, nee, früher, Bruder. 89, 10, 89. Genau, genau diese Dinger, diese Filme. Hat nur mal. Und er sagt, welchen Handy hast du? Und er sagt so, und er wusste ich noch, ich bin so ein 182er. Und da war er gerade frisch, kurz vor dem Durchbruch, Bruder. Ich sage, was für ein Handy hast du? Ich hole sie raus, Digga, ich weiß nicht, ich habe Titan, Bruder. Er sagt so, guck mal, ich habe 89, 10, I. Weißt du, ich meine, mein Farbdisplay, sagt er. Er sagt so, Bruder, bei mir geht es bald los. Ich habe das so gut gefühlt. So hat er es noch zu mir gesagt. Ich schwör es dir. Zwei Jahre später ist er durchgeknallt, Bruder. Zwei Jahre später. Er hat da schon, was mein Bruder auch meinte, da dieses Affrimieren immer wieder, immer wieder, Bruder. Ich weiß nicht, ob er da schon die Bücher gelesen hat, Bro. Ich habe ihm Power damals geschenkt. Und da aber... Viel früher, Digga. Ich rede fort. Nein, nein, also meine Zeit. Doch, doch, da war er schon ein bisschen... Du bist früher, aber ich habe ihm das Powerbuch geschenkt, da war er noch mit mehr Spurgeriet bei seiner Mutter zu Hause. Ja, 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 das ist die Zeit auch. Da warst du auch schon mit dir. Und da law of attraction und power und so, habe ich ja sehr früh schon gelesen. Hast du auch seine Mutter gekannt? Ja, ja. Sehr, 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 sehr. Sehr liebe Frau. Sehr liebe Frau. Sehr liebe Frau. Und immer ganz nett, immer herzlich. Ja, Marienfeld hat es gesagt, damals. Aber, ja, Bruder, Menschen ändern sich, wie es so schön heißt. Zeiten ändern sich, du wirst du. Aber... Wie viele Dings habt ihr, also seid ihr schon im Vorverkauf mit den Boxen? Ja, ja. Ja, Boxen verkaufen ist gut. Wie viele habt ihr schon, wenn ich fragen darf? Tausend haben wir schon verkauft. Ist so ein stabil, Digga. Tausend. Ja, dafür, dass wir noch keine Musik rausgebracht haben, ist auf jeden Fall cool. Ja. Was ist in der Box alles drin? Sweater, T-Shirt, Poster, CD, Sticker, Dokumentation, Album, Doppel-CD. Ja, auf jeden Fall. Ja, das Ding würde ich... Ja, ne, auf jeden Fall, Bruder. Ne, würde auf jeden Fall rasieren. Schade. Safe call. Ja, schade. Hast du ein gutes Gefühl mit Distri? Ach, das ist heute, also das ist im Endeffekt wie damals bei Agro Berlin, Anfangsgeschichte. Man braucht viele, man kann sich diesem ganzen Spiel unterwerfen, was die ganzen Major-Labels machen oder man kann halt auch im Endeffekt das alles nicht so ernst nehmen und so. Diese ganze TikTok-Geschichte und Reels und man braucht eine Playlist bei Spotify. Ich bin der Meinung, man sollte genau wie damals nicht irgendwie probieren, ins Radio zu kommen oder sich probieren, bei MTV anzubiedern, sondern nicht irgendeine Plattform diktiert mir, wie ich meinen Release mache. Und Distri macht gute Arbeit, wir machen geile Boxen. Am Ende wird das Ding bei Spotify hochgeladen und das war's dann. Also wo ist jetzt der Unterschied zwischen Universal und Distri? Es ist wieder genauso wie damals und alle zehn Jahre hast du das leider so, dass die Musikindustrie komplett einbricht. Normalerweise hätten die uns da die Tür einrennen müssen mit den Angeboten, weil wie alle wissen, ist das... Das hat mich aber auch auch eine Flüsse gemacht. Ja, ja, es ist aber nur Cancer Culture. Es ist nur Cancer Culture. Oh, mit dem oder mit dem und die Musik und die Musik und die Satz und die reden gegen Frauen und die reden gegen Tiere, die reden gegen Elektroautos. So diese Kacke wird dann passieren so. Gibt's überhaupt noch Major-Themen als Hip-Hopper? Gibt's überhaupt noch richtige Major-Themen? Die werden alle weggesigned, so nachdem die einen Hit haben. Also wenn jetzt, wie heißt unser Homeboy, La Cassetta, wenn der jetzt auf eins geht, dann wird der von einem Major gesigned. Okay. So machen die. Aber keiner baut Themen auf. Das heißt, ich würde da gar nicht drauf warten. Also jeder Künstler da draußen macht Alben, Alter. Fertig aus. Geht wieder auf diese, geht wieder auf geile Sachen. Vermarktet euch selber und macht euch nicht zum Dully für TikTok oder für Spotify. So ein Quatsch. Ja, ja, ja. Sollte auch nicht der Anspruch sein, ist wirklich so. Nein, auch geil. Ich hab's auch gesehen bei dieser Rap-La-Rue. Ich hab's mal ein bisschen beobachtet. Ich kannte das vorher gar nicht. Verstehst du? Ich mein, hab auch da mal so ein paar. Machen das gar nicht schlecht, Digga. Cool. Da gibt's ein paar gute Künstler. Oder so, dass man so, dass auf dieser Ebene, kannte ich nicht, dachte ich mir, okay, gut, dass es so eine Sektion noch gibt. Wäre halt geil, wenn es mal eine Castingshow gibt, wo auch so Leute von der, von der kredibilen Ecke das bewerten. Ja, ja, ja. Wer weiß. Das war auch mein Gedanke jetzt. Ich müsste eigentlich da wirklich die Leute sitzen, die das auch eigentlich schon gelingt haben. Vielleicht kommt das ja bald. Zwinker, zwinker, grins, grins. Aber geil wäre, wenn ihr zusammen auch touren würdet, ne? Ja, kommt vielleicht auch. Zwinker, zwinker, grins, grins. Oder nicht vielleicht. Ihr müsstet das machen. Ja, ich hab auch da Bock drauf. Ihr müsstet das machen. Schön, ein, zwei Wochen. Weil, Bruder, wenn das schon so ein DNA-Kodex-Modex ist, was ihr da sagt. Hast du das Setup mal gesehen? Was, dein Bruder? Sein Setup ist brutal. Verdienst du nichts? Er ist scheiß drauf. Er will auch nichts verdienen. Er sagt, mach Licht an. Allein der Tubus über 30k ist vorbei. Was ist das ernst, Bruder? Ja, und du schläfst immer gut. Aber du schläfst gut. Ich scheiß auf, schlaf gut. Ich schlaf eine Woche nicht, was schlafen wir, Bruder. Also wenn er kommt, hör auf damit. Wir müssen ein Back to the Roots machen, Bruder. Schul dich ab. Wir fahren mit dem Auto, Bruder. Weißt du, was dann passiert? Was passiert? Deine Stimme ist nach der ersten Show kaputt, weil die Mics kacke sind? Hör auf, bitte, Bruder. Also, guck mal. Digga, dein mieses Setup, ich sag's dir. Bei live, mach dir keine Sorgen, Bruder. Wir haben damals, Bruder, 50 Tage am Stück, jeden Tag. Wann, 20 Jahre? Ja, und? Bruder, Zeiten haben sich geändert. Kennst du, hast du Luciano seine Show mal gesehen? Wen? Luciano. Kennst du Luciano? Aber wir machen ja, der macht ja auch ganz andere Musik als wir. Der ist da hingekommen, weil er, nee, nee, der macht gelle Shows. Der ist da hingekommen, weil er gelle Shows macht. Das dachte er auch, soll er auch machen, alles bei euch machen aus deiner Mucke. Aber, Bruder, wir sind, Bruder, wir sind fünf, Bruder. Five Gang. Wir sind die Five Gang, Five Crew. Ich stelle dir mal vor, wir machen da so mit Stripperin auf der B, was das für ein Scheiß. Er sagt da mal, was von Stripperin. Was hast du sonst für ein Setup? Mikrofon von, was, von Neumann, oder was? Nicht nur von Neumann. Bruder, mit Jammern. Hör auf, mit sowas, Bruder. Ich bin, nee, Bruder, also das muss ja auch zum Album passen, Bruder. Der Mike ist 9000 Kilometer geflogen zu einem Juwelier in New York, wie heißt der, der auch für... Mein Juwelier? Genau, sein Juwelier. Abi de Jula. Bruder, er sagt, ich möchte dieses Mike mit so und so viel... Aber was hast du davon gesagt? Wie, wie, er sagt, ohne Dings... Nee, meine Kette habe ich da machen lassen. Tamam, aber was hat das mit deinem Mikrofon zu tun? Er verhascht dich gerade. Ach so, okay. Ich dachte, Bruder, aber warum? Das hätte man glauben können bei dem. Guck mal, ja. Was kannst du glauben bei dem? Guck mal, weißt du, warum ich diese Filme auch nicht mehr mache, Alter? Weil du schlau geworden bist. Man kriegt da, was heißt schlau, man kriegt dafür nicht mal mehr Anerkennung. Was siehst du, was ich meine, Bruder? Ich habe die teuerste, krasseste Kette in diesem Rap-Game. Wirklich nicht. Hat mir nie einer Props zugegeben. Für was, Bruder? Bruder, das stellt sich hin im Interview, lag da hinten, 300.000, warum sagt er das? 180.000 und dein Animus sagt mir was von Insolvenz. Was meinst du, warum ich das nicht mehr trage, Bruder? Erstens, wenn ich neben dir sitze mit so einer Kette, du würdest mich den ganzen Tag auslachen. Bruder, ich habe wirklich eine 180.000-Aro-Kette, Alter, Digga, und keiner sagt, ich bin der Kette. Weil ich bin voll gegen sowas. Oder 180.000 Euro, du kannst damit sehr vieles machen, weißt du, was ich meine? Was denn? Oder du kannst damit auf jeden Fall was Besseres machen, als eine Kette zu haben. Ich bin doch ein Rapper. Du kaufst das für 180, ich auch. Ja, aber der Rapper braucht doch eine Kette. Du sagst doch, ein Rapper ist ein krasser Song, oder? Ja. Ja, ein Rapper braucht keine Kette, ein echter Mann braucht keine Kette, um einen Haken zu machen, sage ich da, oder? Das ist ein richtiger Shisha-Kaffee-Quatsch. Du hast doch gleich selber gesagt, das ist Legenden-Status, oder nicht? Da musst du doch zuhören. Bruder, das gehört aber zu... Das gehört überhaupt nicht, Bruder. Ich bin doch auch Rapper, Bruder. Ja, Bruder. Viele andere sind auch Rapper, Bruder. Ja, Bruder. Aber du hast vergessen, Bruder, beim Vibe und so. Bei ihm ist es was anderes. Aber ich rede über jetzt, die Musik, die wir jetzt machen, da passen keine 180.000 Kette. Da hast du recht, aber guck mal, es ist im Endeffekt genauso wie, wenn Leute sagen, ey, pass mal auf und so, ihr beleidigt Mütter, das macht man nicht. Oder ihr beleidigt das, das macht man nicht. Guck mal, wenn ich im Leben so leben wollen würde, wie etwas, was dich gehört, dann wäre ich nie in meinem Leben Rapper geworden. Das heißt, ich mache mir meine Zähne, da kommt mir so ein anderer Schwanzrapper, ich will jetzt nicht wieder seinen Namen pushen, oder irgendwelche Leute, oder irgendwelche Leute, die mich dissen, ey, seine Zähne sind ja so übertrieben. Ja, wenn ich jetzt als Flair meine Zähne machen lasse, dann gehe ich bestimmt nicht zum Arzt, machen wir das bitte so, dass es fast keiner sieht, dass meine Nachbarin, dass meine Nachbarn nichts merken, dass mein Chef mich nicht schriegt. Mach mal so ein Jack Sparrow Gewitz oder was? Nein, ich meine, mach mal bitte so normal wie möglich. Das ist doch voll der Quatsch, die Leute müssen das verstehen. Ich bin noch genau dafür da, Alter, dass die Leute merken, ey, der macht Sachen, die gehören sich nicht. Das ist für mich ein Rapper-Dasein. Ich trage jetzt nicht eine Kette, um dem anderen zu zeigen, ich habe mehr Geld. Ich habe auch Zeiten gehabt, da habe ich kein Geld gehabt und habe trotzdem noch die Kette gehabt. Verstehst du? Das heißt, für mich ist es im Endeffekt nur, es ist genau dasselbe wie, dass ich die Musik mache, dass ich aufstehe, wann ich will, dass ich schlafen gehe, wann ich will. Ich lasse mir von niemandem was vorschreiben. Ich trage diese Kette und die sieht ja auch bescheuert aus. Und die Zähne sehen ja auch unter normalen Verhältnissen oder mein Haarschnitt, dass der Friseur einmal die Woche kommt oder diese Klamotten oder diese Uhren oder diese Musik und diese Out. Nimm, was du willst, Bruder. Es ist ja alles richtiger Quatsch, aber das ist ja das Geile, dass man so ein Leben lebt. Dafür lebt man dieses Leben ja, Alter. Wenn ich jetzt mache, das, was ich gehört und was vernünftig ist, aber auch Thema Geld, kommen die mir mit, wie investierst du dein Geld? Ich sage, wenn ich mein Geld investieren wollen würde, schlau, dann wäre ich an der Börse. Oder dann wäre ich ganz früh mit 18, 19, hätte ich studiert, hätte ich Sachen gemacht. Ich investiere mein Geld, ich kaufe mir dann mal da was oder verkaufe dann mal da was, das kann man auch machen. Und ich bin auch ein guter Geschäftsmann, weißt du ja, wir machen ja alle unsere Geschäfte und wir sind alle fleißig und so. Aber ich gehe nicht schlau mit meinem Geld um. Was ist das für eine Kacke? Ich arbeite viel, damit viel Geld kommt, aber ich gehe ja nicht, eine Kette kaufen für 200.000, ist ja dumm. Offiziell dumm. Braucht keiner erzählen, du kriegst dann dein Geld wieder. Die Diamanten machen die Kette so kaputt oder auch eine Rollie und so, ist alles Quatsch. Ja, aber ich will noch mal sagen, die Leute denken immer, das ist so wie, keine Ahnung, wenn ich bei dir zu Hause sitze, bei deiner Mutter, dann sitze ich da nicht mit der Kette. Dann rede ich ja auch nicht so, wie ich jetzt rede. Du ja bei mir auch nicht. Ich weiß schon, wo man wie, wo es sich anpasst. Aber Digga, was ich immer so traurig finde, ist, durch dieses Internet, Leute beobachten uns, Leute sehen mich in meiner Welt. Ich sehe nicht euch in eurer Welt, eure Welt, ihr beobachtet mich, ihr guckt auf uns. Wenn ihr auf uns guckt, dann versucht erstmal zu verstehen, was ist bei uns angesagt oder was ist bei uns. Und dass man da nichts macht, was sich gehört und nicht vernünftig ist. Wow, Alter. Letztens habe ich wieder einen Kommentar gelesen, auch bei Manuelsen. Die nehmen von Manuelsen einen Auszug und sagen, das ist ein 45-jähriger Mann. Und er redet dann halt so, wie ein Rapper redet. Dann muss ich den auch in Schutz nehmen. Ja, er ist ein Rapper. Er ist 45 Jahre und er kann reden, wie er will. Das ist eine Leistung. Das traut er sich. Das traut ihr euch nicht, ihr Schwänze. Und dann kommen irgendwelche Twitter-Trolls und sagen, da redet ein 45-jähriger Mann, das gehört sich nicht. Also Schwanz, dann geh in dein normales, dann geh nicht ins Show-Business, sondern geh in dein Normalsein-Business und dann ist okay. Warum guckst du das denn erst? Das ist ja sowieso. Aber andauernd. Das ist andauernd. Deutschland ist andauernd immer noch so, Alter. Leute kommen und sagen, da verhält sich einer nicht seinem Alter entsprechend. Ich habe kein Problem mit Kritik und auch wenn Leute mich beleidigen, ist es auch manchmal lustig. Aber ich hasse dieses mit erhobene Zeit, das Ermahnende. Das ist genau wie im Straßenverkehr. Das ist kein Problem, wenn du einen Fehler machst und da hupt einer oder einer sauer. Aber wenn mich ein Fahrradfahrer anmeckert mit diesen so erhabenen Belehrenden und sowas. Gernst du den hier? Ja, ja. Das ist so, dieses erhabene Belehrende gibt es nur in Deutschland. Es gibt ja auch Hupen. Pass auf, ich mache euch das vor. Hupen ist, wie hupen die in Istanbul? Standard. Düt, 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 düt. Ganz normal. Düt, 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 düt. Übersetzt heißt es, das gehört sich nicht so. Warum machst du das? Ich will dir zeigen, du bist gerade nicht korrekt. Ich muss dir jetzt erklären, wie das geht. Halt deine Fresse mal. Verstehst du mal? Und meistens von diesen Bastarden, die nichts in ihrem Leben auf die Reihe bekommen haben. Oder direkt mit Ellbogen auf Dings, ne? Boah, ich würde so gerne. Mit Ellbogen auf Hupen. Ja. Nicht mit Hand zu Ellbogen. Einfach nicht auf Kram. Du weißt gar nicht, wie viele Menschen gerettet worden sind von mir, wegen mir. Ne? In den letzten Tagen und Wochen. Wegen dir? Weil du auf diese Menschen losgehen willst, Bruder. Oder uns brauchst du es nicht sagen. Ich sage, Bruder, entspann dich mal. Ich sage, er ist ja voll auf Dings, Bruder. Voll auf Elektrik, Bruder. Bei Fahrt? Bei Verkehr? In allem. Im Verkehr, ich bin Beifahrer. Aber guck mal, ich saß letztens mit einem Freund, bei ihm. Er war, ich weiß nicht, wo du warst, was war ich draußen oder so, ne? Wir saßen, der hat sich da eingedreht. Dann haben wir so ein bisschen so gesprochen. Ich sage, ey, weißt du, ich habe so ein Interview geguckt. Dann habe ich ihm gesagt, ey, Bruder, der Macker, der ist ja privat auch so. Dann sagt mein Kollege, er sagt, Bruder, das ist einer der realsten Rapper, die ich hier kennengelernt habe. Weil der, weißt du, wie er im Interview sitzt und so redet und dieser, ja, und hat die Fresse. Bruder, er ist nur am Pöbel, Bruder. Bruder, nee, nee, nee. Der erste Mal hat es dir. Ich meine auch die Art und Weise, wie er spricht und die Werte, die er da vertritt und so. Er ist eins zu eins so, Bruder. Bruder, eins zu eins. Ich sitze jeden Tag mit dem im Interview, musst du dir vorstellen. Weißt du, ich meine, jeden Tag, immer als Interview, 24-7, Bruder. Der ist wirklich so, Bruder. Wie ist Flüssi, Dicker? Wenn heute der Podcast vorbei ist, dann reden wir beide nochmal. Jetzt ist Ibu da, jetzt brauchst du keine Angst, dann setzt du dich da hin und reden wir mal, meine Sorge. Wie alt bist du, Max? Immer noch 22. 22. Bruder, lass dich doch sich entwickeln, entspann dich doch. Ach, wenn Uzi ihn heute fast den Kopf abreißt, dann ist es okay? Nein, ist auch nicht okay. Ich hasse das, Bruder. Nein, Bruder. Bruder, Mensch, ich... Bruder, guck mal. Du musst den Leuten Freiraum geben, sich zu entwickeln. Du musst den Leuten auch mal so ein bisschen Freiraum geben, Fehler zu machen. Du musst den Leuten Freiraum geben, was denn, Bruder? Bruder, jetzt lass mich nicht reden, Bruder. Was denn? Rede mal, mach mal jetzt. Pass auf, sag ich mal. Pass auf, sag ich mal. Du kommst auf, Geil. Pass auf, Bruder. Geil, jetzt geht der Podcast. Ich schwöre, ich sag dir ehrlich, Bruder, ich bin der entspannteste Mensch, wenn es darauf ankommt. Ich habe auch meine cholerische Seite, habe ich da 100 Prozent. Mein Bruder auch. Wir waren in Therapie wegen so Aggressionsding. Wir haben so, wir brauchen so einen kleinen Dachschaden, sag ich mal. Aber wir bemühen uns, cool zu bleiben. Wir atmen aus, da und da. Bruder, aber manche Sachen, ich schwöre, du sagst es zweimal in Ruhe. Du sagst, Bruder, guck mal, ich erkläre, das ist nicht schlimm passiert. Rala, sowas ist okay. Aber Bruder, beim vierten, fünften Mal irgendwann, Bruder, wenn ich dann sehe, Handy ist da. Wenn das Interesse, Bruder, kommt. Und ich denke mir, ich habe mir noch Mühe gegeben, Bruder, weil ich wie ein kleiner Bruder versuche... Er redet wie ein Psycho-Fortrat. Verstehst du? Bruder, du hast keine Ahnung. Bruder, ich habe mir einen kleinen Bruder versucht, ihn in diese Welt zu formen, Bruder. Diese Welt ist ekelhaft. Soll ich dir kurz sagen, was das Ding ist, Bruder? Guck mal, das geht jetzt ein bisschen so, nicht falsch verstehen. Ich muss mich ausreden lassen. Max, hast du Eltern? Beide Eltern? Tamam. Hast du beide Eltern? Nein. Hast du beide Eltern? Habe ich beide Eltern? Nein. Hast du beide Eltern? Ja. Siehst du? Das bedeutet, Leute wie wir, wir mussten immer auf eigenem Bein stehen. Und wenn zum Beispiel, wenn ich jetzt zu Max gehe und wie ein großer Bruder ihm sage, ey, guck mal, hör mal zu, mach das mal so und so und so und so, dann gebe ich ihm nicht nur so einen Tipp und er soll jetzt so funktionieren, wie ich möchte. Das ist keine Diktatur, sondern ich versuche ihm zu erklären, es geht um dein Leben. Wenn deine Eltern morgen sterben, du hast niemanden mehr und dann machst du das nicht gut, was du gerade machst, du landest auf der Straße. Für Menschen, die mit Eltern aufgewachsen sind, die an dieses Konzept, du hast bei deinen Eltern ja gesehen, die haben dir gezeigt, Erziehung funktioniert. Bei uns, unsere Erziehung hat nicht funktioniert, die haben uns selber erzogen. Das heißt, diese Ruhe, die du hast, die hast du aus zweierlei Gründen. Erstens, so von der Psychologie her, vom Unterbewusstsein, bist du schon mal entspannter als wir, der sowieso. Und zweitens aber auch, du hast Leute, die du anrufen kannst. Wenn du das nicht hast, wenn du diese, hatte ich auch mit Zillik diese Diskussion, dann bist du hier, Alter, und für uns ist das hier, vielleicht könnte man sagen, erstmal ein Podcast und hin und her, aber eigentlich geht es ja immer, bei jeder Sache, die man macht, geht es ja am Ende immer ums Überleben. Bruder, wenn ich ein Album mache, Alter, ist das wie, wenn ich ein Kind kriege, Alter. Bruder, ich habe schon mal neun Monate lang ein Album gemacht, das ist wie, wenn mein Baby auf die Welt kommt, Alter. Ja, klar, das habe ich vollkommen nachvollzogen. Schenkst du, was ich meine? Hast du jetzt verstanden, warum der Max das nicht auf die leichte Schulter nehmen darf? Bruder. Und, entschuldige noch eine Sache, und dann geht es halt immer darum. Das ist Quatsch, was du hier bist, Bruder. Wenn du, wenn du, siehst du, er nimmt auf die leichte Schulter, glaub mir. Bruder, guck mal, das hat nichts damit zu tun, ob man gerade Eltern hat oder nicht Eltern hat, Bruder. Bruder, das spielt eine sehr große Rolle. Das spielt eine große Rolle. Guck mal, ich gebe Ihnen einen Punkt recht. Nein, nein, Bruder, es gibt Menschen, die brauchen, ganz kurz, es gibt Menschen, Bruder, die brauchen einen Moment. Es gibt Menschen, Bruder, die sind natürlich, wenn man auf sich alleine gestellt ist. Und, klar, hat man das viel, viel härter, hat man mit sehr viel mehr Sachen zu kämpfen. Ich kenne das Gefühl nicht. Weißt du, ich meine, deswegen kann ich da jetzt nicht sagen. Genau, aber guck mal, da sprichst du das an, Bruder. Aber guck mal, das ist. Aber, Bruder, es gibt Menschen, die brauchen halt einfach einen Moment, Bruder. Bruder, es gibt aber auch Menschen, da suchst du den Schalter. Bruder, mein Cousin hat auch seine Eltern, Bruder, und mit denen kannst du reden bis im nächsten Monat, Bruder. Das macht ja unsere These, das macht ja die These nicht anders, die wir da haben. Der checkt das nicht, Bruder. Irgendwann hat das gecheckt. Der braucht halt seinen Moment, Bruder. Und ich bin immer so ein Freund davon, das habe ich Ihnen heute gesagt, gestern gesagt. Ich sage, ja, Bruder, ich bin ein sehr, sehr Freund davon, die Leute zu umarmen, in dem sind nur Homo, aber so in den Arm zu nehmen, Bruder, und denen das zu verstehen zu geben. Weißt du, wann ich ihn in den Arm nehmen werde? Weißt du, wann Leute wie wir? Ich rede nicht die ganze Zeit über dich. Nein, nein, Max. Weißt du, wann Leute wie wir Leute in den Arm nehmen, wenn das Ergebnis am Ende gut ist, weil ich dann weiß, dann habe ich ihm, guck mal, ich kann ihn jetzt in den Arm nehmen und sagen, Max jetzt Beispiel, aber ich kann jetzt so einen Trotteln in den Arm. Du bist kein Trottel. Ich kann jetzt so einen Trotteln in den Arm nehmen und kann ihn streicheln. Weißt du, was am Ende passieren wird? Es wird, also meine Erfahrung ist, es wird ihn nicht zu einem besseren Menschen machen. Es ist wie, wenn ich zum Fitness gehe, wie wenn ich Sport mache. Es wird dich nicht zu einem besseren Menschen machen, wenn ich sage, du bist gut, so wie du bist. Am Ende, wenn er dann seine Leistung erfüllt hat, abgeliefert hat und dann den Lohn dafür bekommt für seine harte Arbeit, dann hat er in seinem Leben, was er erreicht, ist daran auch gewachsen, ist dadurch ein besserer Mensch geworden und wird das nächste Mal alleine besser können. Und dann nehme ich ihn in den Arm und sage, jetzt hast du es begriffen, jetzt bist du Motherfucker, jetzt nehme ich dich in den Arm. Jetzt ist die Zeit dafür. Die Zeit ist nicht dafür, ihn in den Arm zu nehmen, wenn er verkackt. Dann ist es ihm zu sagen, es geht nicht um strengere Erziehung. Es geht um, es macht keinen Sinn. Nein, du verkackst gerade. Für mich ist es der größte Freundschaftsbeweis, wenn ich dir die Wahrheit sage. Das ist für mich der größte Freundschaftsbeweis. Und ich will keinen Freund haben, der mir auch nur eine Sekunde im Leben hat und auch keine Frau und keine Freundin. Ich habe das gehasst, wenn ich mit Leuten war, die gesagt haben, ja, ja, ist okay. Mann, was ist okay, Alter? Wenn du mir jetzt sagst, ist okay und ich gehe morgen raus, werde gefickt, hast du mich gefickt? Wenn ich mit dir rappe und du bist wirklich mein Freund, dann sag mir, Flair, das ist kacke, mach das nochmal. Weil wenn ich dann mit der Sache rausgehe, dann... Du musst sagen, das ist ja Popel an der Nase. Popel an der Nase. Ja, das ist doch was ganz anderes, Bruder. Nein, es geht nur darum. Nein, es geht nur darum. Im Privaten, ganz kurz noch eine Sache. Wo gibt es im Privaten diese Diskussion? Nie. Es gibt, und das hasse ich bei Leuten, die mich kritisieren oder Leute, die uns kritisieren. Ich habe im Privaten diese Diskussion nie mit Menschen. Wenn ich mit Max raus auf die Straße gehe, es wird nie eine Situation zwischen uns Beinen gehen, wo ich sage, ey, Max, du bist nicht gut so, wie du bist. Ey, dann sage ich, geiler Typ, der ist lustig, der lacht, der nimmt doch alles nicht so ernst, der kann mal seine Eier chillen, bewundere ich, würde ich auch gerne können. Sobald es um die Arbeit geht, Alter, gibt es diese Diskussion. Das verstehen die Leute nicht. Und wenn sie damit nicht klarkommen, dann sollen sie doch sagen, weißt du was, bezahlen ich nicht. Macht keiner. Bezahlen müssen wir immer pünktlich. Oder dann sollen sie doch sagen, bezahlen ich dann, wenn ich meine Arbeit gut mache. Machen sie auch nicht. Das sind die ersten Menschen, die sagen, ich will Ende des Monats meine Sicherheit. Oder unsere Musikproduzenten. Bevor wir einen Song rausgebracht haben, bevor wir abgeliefert haben, müssen die abliefern. Ob die abliefern oder nicht, hängt davon ab, ob wir Erfolg haben. Aber glaubst du, die kommen beispielsweise, wenn wir jetzt zehnmal so wenig Erfolg haben, wie wir haben könnten. Glaubst du, dann kommt einer von denen zu dir und sagt, gib mir mal weniger. Im Leben nicht, Bruder. Soll ich dir was sagen? Die Produzenten von uns jetzt. Ich rede nicht von unseren. Aber unsere. Ich rede von der Musikindustrie. Ich habe immer für mich alles gemacht und ich habe noch nie einiges hinbezahlt. Guck mal, ich sage nicht. Ich rede von der Musikindustrie. Ja, das passt anders. Weil Leute sagen mir oft nach, ey, der ist im Studio schwer. Guck mal, bring mir einen Typen, der im Studio mehr Ahnung hat als ich, der krasser ist als ich, der mir was beibringen kann, Alter, der mehr Erfolg hat. Ich sitze da halt meine Fresse. Bruder, guck mal. Weißt du, wenn ich mit Sido im Studio bin, so glaubst du, ich gehe zu Sido und sage, nee, das macht man so. Das Ding ist alles so banal. Doch, Bruder, kannst du dir noch sagen, wenn Sido auf deinem Spielfeld kommt, dann kannst du ihm das sagen. Ja, das macht er. Aber willst du denn auf Sido-Spielfeld? Nein, nein, Moment. Das ist aber wieder eine andere Diskussion. Siehst du? Nichts, siehst du? Es ist ja eine andere Diskussion, Bruder. Nichtsdestotrotz, Bruder, ich gebe dir sehr, sehr vielen Sachen recht. Ich bin der Meinung, dass man viel, viel einfacher, weil ich habe ja so Leute, mit denen ich arbeite. Einfach ist nicht besser. Es ist viel besser, Bruder, glaub mir, und viel effektiver. Weißt du, warum? Ich erzähle dir mal. Es ist nicht effektiver. Ich habe das zwei Jahre so gemacht, wie du gesagt hast, nur Schrott muss ich rausgemacht. Ich erzähle dir mal. Letztes war ich nur Schrott rausgemacht. Erzähl doch mal. Warte doch mal, bitte. Guck mal, Bruder. Guck mal. Hat's jetzt halt. Ich habe eine sehr lange Zeit, seit einer sehr lange Zeit, wir arbeiten nur so mit Kohle und mit Lieferern und so Sachen halt. Container aus und so Sachen. Ich weiß. Bruder, so die Anfangszeit, ich dachte, okay, ich muss jetzt hier der harte Boss sein, Bruder. Du, Spaß, warum trägst du die Kiste falsch und warum ist das da so und warum so? Ich fick dich gleich und ich mache so mit dir gleich. Was denkst du, wer du bist? Und bruder, nächsten Tag war er krank. Nächste Woche war er auch krank. Dann, wenn ich ihn gebraucht habe, so irgendwie am Nachmittag, wo er eigentlich nicht arbeitet, geht er nicht mehr ran. Dann kommt er nicht. Er sagt, Flair, ja, mit so einem will ich ja nicht zusammen. Aber, Bruder, es gibt nicht unendlich viele Menschen, die eine Sache beherrschen. Nein, 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 ganz kurz, ganz kurz. Lass ihn zu Ende reden, dann sag ich ihm, was bei euch Angst ist. Seit ich, seit ich, ich bin sehr, sehr streng, Bruder. Sehr, sehr streng, weil am Ende des Tages das Geld, was in seine Tasche kommt, geht aus meiner Tasche raus. Sondern kann nicht sagen, ob er kriegt oder nicht kriegt. Da bin ich natürlich streng. Aber seitdem ich die Leute in dem Sinne so ein bisschen so menschlicher entgegentrete. Sollst du auch. Weißt du, ein bisschen menschlicher entgegentrete, Bruder, funktioniert das Ganze viel besser, weil die Leute arbeiten für meine Sache, weil sie mich mögen. Okay, richtig. Die wollen, dass ich, Bruder, wenn ich 5 Millionen Euro Umsatz mache, davon haben die nicht. Der verdient trotzdem nur 800 Euro im Monat. Und das ist nur der Punkt. Ich verdiene mehr. Richtig. Und die arbeiten dann viel, viel mehr. Warum? Weil die mögen dich als Person. Haben wir jetzt verstanden. Die wollen dich erfolgreich sehen. Warte, Ibo, bitte, 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 bitte. Also erstens, du machst einen grundlegenden Fehler. Du redest bei diesem Geschäft, was du gerade sagst, redest du von Dienstleistung. Erst bei dir ein Angestellter. Wenn ihr einen Arbeitsvertrag macht oder wie auch immer du das nennst, ist genau klar, was seine Arbeit ist. Wenn er dann seine Arbeit nicht macht, dann hast du natürlich mit dir deinen normalen Umgang, wie du mit dem umgehen sollst. Da kannst du als Chef selber entscheiden. Mach ich meine Angestellten an oder rede ich so mit denen, dann mache ich so mit denen, so mit denen. Da hat er dir im Endeffekt auch noch nichts getan. Erst vielleicht ein bisschen Klatsche, er hat seine Arbeit nicht gemacht und es ist eine ganz einfache Situation. Bei uns geht es ja darum, die Leute, wenn sie was von dir wollen, ist es Freundschaft und wenn du was von denen willst, ist es Business. Ich will damit sagen, die Leute verarschen dich. Das heißt, wenn mit mir einer jemand im Studio ist und er nicht abliefert, dann macht er erstmal seine Arbeit nicht gut. Wenn er seine Arbeit nicht gut macht und jetzt kommt der Punkt, dann sagt er zu mir, Flair, ich habe meine Arbeit nicht gut gemacht, es tut mir leid, wird keiner sauer. Dann sage ich, bitte mach deine Arbeit richtig. Aber die Leute sind ja dreiste Bastarde und sagen, ich mache doch alles gut. Und dann kommt diese Diskussion und die hasse ich voll krass in der Kunst. Dann kommen Leute, der Dritte, der da meistens im Raum sitzt, kommt dann und sagt, Wala, mir gefällt es aber. Bruder, ich mache dieses Geschäft, ich rede nicht von Geschäft, scheiß drauf, ich mache Kunst, ich mache Geld mit Kunst seit über 20 Jahren. Ich weiß, was gute Kunst ist und was nicht. Ich bin wie ein Autobauer. Stellst du mir einen Lamborghini hin, ich werde dir immer sagen, ist nicht mein Auto, ist nicht meine Art von Autos, aber ist Qualität. Ich streite mich nicht, ob das jetzt Sido ist, ob das Flair Musik ist oder Babassat Musik oder Bushido Musik. Ich sage dir, ich weiß, was gute Musik ist. Wenn ich also im Studio mit jemandem bin und der macht seine Arbeit nicht gut, soll er mir nur diesen einen Grundrespekt geben und sagen, Flair, ich habe meine Arbeit nicht gut gemacht. Er soll nicht ankommen mit, du bist das Problem, weil du laut bist. Nein, nein, nein. Ich werde erst laut, wenn du deine Arbeit nicht gut machst. Und jetzt kommt der Punkt Arbeit im Vergleich zu dem Angestellten. Bei uns ist die Arbeit dann erledigt, wenn die Arbeit erledigt ist, nicht wenn der Wecker klingelt. Und meine Uhr ist auch deine Uhr. Dann sind wir alle gemeinsam im Studio und dann kriegst du meinen Respekt. Sitzst du mit mir im Studio und gibst genauso viel Energie und genauso viel Zeit und genauso viel Leidenschaft auf das Endresultat. Weil am Ende, da ist jetzt mein Punkt, verdienen wir am Ende nur mit dem Ergebnis. Nicht mit der Zeit, die da ist. Deine Leute, die bei dir im Lager arbeiten oder so, die investieren ihre Zeit. Die haben einen Wecker und sagen, ey, hör mal zu. Ich war hier, ich habe so und so viel gemacht, hin und her, kack mich nicht an, ich habe Feierabend. Dann musst du denen einen Hack geben und sagen, alles klar, Feierabend, ich habe dich nur für die und die Stunden bezahlt. Genau, aber die Leute, die bei uns sitzen, ich rede jetzt von dem Härtefall, wollen beides. Die wollen beides. Die wollen cool sein, die wollen mit uns im Studio sein, die wollen Kunst machen und wollen dann aber noch wie Angestellte nach Hause gehen und wollen sagen, Sicherheit auf meiner Seite 100%. So ist das nicht. Genau so ist das nicht. Nein, nein, hä? Hä, nein, so ist das nicht. Moment, so ist das nicht. Als Produzent hast du am Ende dafür zu sorgen, dass der Song gut wird. Man kann manchmal in zwei Stunden einen Song gut machen. Kommt dann jemand zu dir und sagt, der Song hat nur zwei Stunden gedauert, ich will für den Hit, mit dem du Gold gegangen bist, nur zwei Stunden bezahlt werden. Nein, er will dann auch der Star sein. Er will dann auch sagen, er hat da. So, und das, wer A sagt, muss auch B sagen. Und das verstehen diese Typen alle nicht. Warum sind das keine Produzenten? Für mich sind Beatbauer. Gib mir dein Beat, da hast du zwei Stunden gemacht, nimm deine Power und einfach, piss dich. So, aber bist du im Studio und bist du ein Künstler, dann bist du da und sagst, ich mache mit dir, gehe ich mit dir, bis dieser Song fertig ist, dann nehmen wir diesen Song und nur Gott weiß, was dieser Song uns bringen wird. Das ist Kunst. Aber die Leute wollen keine Künstler sein, die wollen bezahlt werden wie Angestellte und wollen dann aber cool sein wie wir Künstler. Und das ist, und das hast du, vor allem, du sagst zu mir, das ist so, das hast du ja nicht mal. Das hast du ja nicht mal. Wir beide haben das nicht. Wir beide haben uns gefickt, du bist heißer. Wir beide liegen da, öh, so, schon da, öh. Warte, ich mache es ja aber auch aus einem anderen Grund. A, ich will es machen, B, ich bin es und C, ich liebe das. Bruder. Verstehe ich mal, das sind ganz andere Gründe. Na und, aber was haben wir? Ich bin es doch, Bruder. Ja, ich bin es. Deswegen machen wir beide, keiner ist es, nur du und ich. Nein, nein, es gibt Produzenten, die sind so. Nein. Natürlich. Es gibt keinen, es gibt keinen Menschen, es gibt, guck mal, für unser Projekt, ich kann nur zehn Produzenten sein. Aber für unser Projekt, wir beide. Ja. Es wird keinen Dritten geben, der sich dafür so sehr interessiert, wie wir zwei. Natürlich, natürlich gibt es Produzenten nicht, Bruder. Natürlich gibt es sowas. Wir machen natürlich, ich habe gerne und alles, aber wir beide, wir sind es doch, Bruder. Unser Name steht ja da drauf. Ja, Bruder, aber du bist, du, 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 du dramatisierst das. Es gibt Produzenten, die sind mit dir im Studio. Ich sage dir, jeder erfolgreiche Produzent in diesem Land ist so. Jeder. Vielleicht hast du den noch nicht getroffen. Ich kenne diese Leute. Erfolgreiche Produzenten, die sagen, hör mal zu, auf mein Konto kommt nicht, ich kann nicht am Ende des Tages, Alter, zu dem lieben Gott gehen oder zu, an was die glauben, an Buddha oder zu meinem Bankkonto und kann sagen, ich habe aber mit Flair zehn Stunden im Studio gehockt, wo ist mein Geld? Die sagen, wenn Flair einen Hit hat, wenn ich den Hit mit ihm gemacht habe, wenn Carlo Guckstunden ein Hit-Album ist, dann geht bei mir erstmal die Reise los, weil dann klingelt die Kasse und dann kommt mein Erfolg. Erfolg verlangt Vorkasse. Aber diese Leute haben keine Ahnung von Erfolg, die denken, das Universum von Erfolg interessiert sich für deine Stoppo, die du da im Studio hast. Und ich will dir damit sagen, zum Abschluss, wenn du hast vollkommen recht, wenn da jemand ist, der bei dir in deiner Firma als Angestellter, er ist nicht dein Partner, er wird niemals am Erfolg beteiligt. Deswegen, du nimmst das Argument und musst es eigentlich gegen dein Angesargument legen. Du hast vollkommen recht, er wird niemals von deinem Umsatz beteiligt. Er hat einen Lohn und darum kann er zu dir sagen, Herr Saad, Alter, um 18 Uhr ist Feierabend. Genau. An dem Tag, wo er länger bleibt, sagt... Mach ihn mal zum Teilhaber. Mach ihn mal zum Teilhaber. Mach ihn mal zum Teilhaber. Nicht zum 800 Euro Jobber und du verdienst 5 Millionen angenommen. Mach ihn mal zum Teilhaber, ist ein ganz anderer Arbeitsmoral, Bruder. Ja, aber eigentlich, der Grund ist, es ging ja eigentlich, mir ging es ja um was anderes, Bruder, mir ging es darum, einfach zu erklären, dass wenn man die Leute umarmt, die machen es gerne. Ja, Bruder, ich verstehe das, Bruder. Bruder, hast du recht, aber dann sollen sie, aber die ganzen, noch eine, der hast du vollkommen recht, umarmt, umarmt, hast du vollkommen recht, Bruder. Ich habe einen Typen sechs Jahre lang bei mir im Haus leben lassen. Sein, ich habe bei mir im Haus gelebt. Hat sich Rolex umgekauft, hat damit sich sein Haus finanziert, Bruder. Der Typ hat einen Mercedes gefahren, weil es hat man, dieser Schwanz, ja, ich habe mir sechs Jahre sein Leben finanziert, der einzige Grund, warum man nach sechs Jahren bei mir abgehauen ist, ist, weil seine fette Frau zu Hause und man Angst hatte, dass er irgendwie, keine Ahnung, wirklich mal ein Star wird und ihm fremd geht. Bruder, glaub mir, Dicker, die positiven Absichten bei uns, ich nehme ihn nicht nur in den Arm, Bruder, ich habe den Typen zum Mann gemacht. Ich habe dem Typen so viel Geld in seinem Leben in den sechs Jahren gegeben, wie er noch nie hat. Bruder, aber er hat doch abgeliefert. Hat er, hat er. Und weil er abgeliefert hat, hat er obendrauf bekommen und obendrauf. Nicht, Bruder, glaub mir, nicht einbiet. Warum hat er richtig abgeliefert? Weil er dich mochte. Nein, nein, nein. Bruder, weil er Geld bekommen hat. Ach, natürlich, weil er Geld bekommen hat. Naja, also. Jeder macht doch viel Geld, aber dieses gewisse, diese gewisse 1% mehr, weil man sich, Bruder, wenn man sich macht. Nein, er selber, er selber hat dieselbe Arbeitserstellung gehabt. Bruder, ich habe eine Frage. Ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, dass man nicht springt. Du magst ihn. Er magst dich. Du würdest für ihn immer diese 1% mehr machen. Nein, Quatsch, nein, Quatsch. Nein, nein, für mich gerade was. Es geht gerade darum, Digga, erstens, dieser Simes hat von Grund auf die richtige Arbeitserstellung gehabt. Der war ein Autist. Der hat mehr gearbeitet als wir alle, weil er war autistisch veranlagt. Ich will damit sagen, für den war das gar keine Diskussion, ob der nicht vorm Laptop sitzt. Das will ich nur sagen. Du hast mir, ich meine nur mit in den Armen nehmen. Diese Leute, die mit mir waren, die habe ich in den Armen raus, waren meine Brüder. Habe ich jemals einen Rapper in Deutschland gesigned, weil der einen Hype hatte oder weil er mein Bruder war? Ich habe einen Nick One bei mir gesigned. Hat der Talent gehabt? Nein. Ich habe einen Jihad gesigned. War der vorzeigbar? Nein. Ich habe einen Silla gesigned, der war Alkoholiker. Ich habe einen, Bruder, for real, real talk. Ich habe die größten Patienten gesigned, weil die meine Freunde waren. Habe den gesagt, warte. Weil er hat recht, ich will realisieren. Ganz kurz, ganz kurz. Bruder, du sagst das echt den Falschen, Digga. Bruder, ich habe die nicht in den Armen genommen, ich habe deren Leben gerettet. Und weißt du, was ich als Dank bekommen habe? Ey, Flair, warum sagst du mir immer so oft, Alter, ins Gesicht, was die Wahrheit ist? Wo sind denn diese Leute jetzt, wo sie weg sind? Wo sind denn alle meine Leute, die bei mir gesigned waren? Nimm jeden. Nimm jeden, der bei mir gesigned war. Okay, warte mal. Ganz kurz, darf ich noch eine Sache sagen, bitte? Bevor das jetzt zu Dings heiß wird. Nein, kein heiß, ich fick die. Bruder, ich will nur damit sagen, ich will nur damit sagen, am Ende des Tages, an jeden Typen, der mit mir eine Basis eingehen will, komme ich zu mir, wenn du was von mir willst, dass es Freundschaft ist, und wenn ich was von dir will, dass es dann Business ist. Das läuft nicht. Das ist genau das, was die alle machen. Ey, Bro, du bist mein Bruder. Machst du mir klar? Machst du mir klar? Den extra Bonus? Machst du mir klar? Den extra Fame? Machst du mir klar? Die extra Publicity? Machst du mir klar? Dass ich als Symes, keine Ahnung, für den und den US-Ambi-Rapper produzieren darf? Machst du mir klar? 100.000 Euro Verlagsvorschuss? Habe ich alles gemacht. Warum? Weil Symes nur Nummer war? Er war bei mir in der Edition. Er war bei Flair gesigned. Er hat bei Flair in vier Jahren vier, fünf Alben gemacht und deswegen hat er den Verlagsvorschuss bekommen. Das ist Freundschaft gewesen. Aber wenn ich was von ihm wollte, ey, meine Mutter ist gestorben, kannst du mir Beileid wünschen? Nein, dann war er weg. Bruder, das sind keine Menschen, Bruder. Bruder, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Er hat es wegen, Bruder. Bruder, Bruder, for real, for real. Sag, sag mir. Hack dem hat gebührt. Guck mal, ich schrage, nur eine Frage. Argumente, Mann. Guck mal, nur eine Frage. Beileid wünschen, Bruder? Bruder, Bruder, nur eine Frage, nur eine Frage will ich dir sagen. Scheiß mal auf Beileid wünschen oder nicht, Bruder. Doch, Bruder. Sechs Jahre, guck mal, ja, du weißt aber, ich bin bei Mutter, ich bin eh härter. Bei sechs Jahren, Bruder, sechs Jahre lang in demselben Haus geschlafen, sechs Jahre lang durchgefüttert, sechs Jahre trainiert, sechs Jahre alles gegeben, Bruder. Und dann, Alter, von einem Tag auf, ich habe noch nie mit einem Menschen so viel Zeit verbracht wie mit Simes oder vielleicht mit Bushido, wo man dann am Ende sagt, ey, man geht so aus dem Leben von einem anderen Menschen. Ich sage dir, warum diese Menschen so sind. Ich sage dir, warum es so ist. Am Ende des Tages sind wir so, egal wie du es sehen möchtest, im Privaten oder auch nicht, wir sind Typen, du hast eine Marke, du hast ein Fame, du hast einen Status und diese Leute partizipieren davon. Das heißt, egal ob ein Produzent bei mir in mein Studio kommt oder ein anderer Rapper, er partizipiert erst mal von meinem Business. So, da ist erst mal klar, er müsste eigentlich erst mal zu mir sagen, weißt du was, Flair, so wie wir das damals gemacht haben, wie lange hast du für Bushido gerappt und kein Geld bekommen? Entschuldigung. Dankeschön. Bisschen was habe ich bekommen, aber... Nein, aber es war kein Geld. Nein, nein. Es war... Ja, ja, schon lange. Dankeschön. Was glaubst du, wie lange ich bei Agro Berlin gerappt habe und kein Geld bekommen habe? Ich auch lange. Dankeschön. So, weißt du, warum ich nie rumgerannt bin und gesagt habe, Walla Bushido, du hast mich abgezogen, Walla Agro, ihr habt mich abgezogen. Nein, haben die nicht. Das Ausbildung wurde. Nein, nein, das Aus... Dankeschön. Das Ausbildung. Ich bin gekommen, ich habe da geklopft, die haben mir die Chance gegeben und am Ende habe ich gewusst, wenn die mich auf die Karte bringen und mein Name Fame ist, dann wird immer eine Tag kommen, wo ich Geld damit mache und meinen eigenen Weg gehe. Und diese Kacke wollen die ganzen anderen Leute sozusagen nicht mehr durchmachen. Die wollen sich ins gemachte Nest setzen und wollen dann sagen, gib mir mal so und so für Euro für meine Zeit. Ich fick deine Zeit. Ist deine Zeit... Noch eine Sache will ich sagen, Alter. Ist deine Zeit im Studio, du Kack-Produzent, besser als meine? Wer gibt mir Stundenlohn? Ihr Schwänze? Und das, ich schwöre dir bei Gott, diese Dekadenz und diese Arroganz und sowas, Bruder, hätte ich die damals gehabt, ich wäre nicht um eine Ecke gekommen. Guck mal, kurz, um hier einzuhalten. Guck mal, ich gebe Ihnen einen Punkt recht, weißt du? Also er meint eigentlich Zucker, Brot und Peitsche. Das ist eigentlich so der richtige Begriff dafür, ne? Zucker, Brot und Peitsche. Er hat vollkommen recht. Aber guck mal, Fliesi, das habe ich dir auch gemacht. Der Umgang, in Zukunft, du hast recht, weißt du, was ich in Zukunft machen werde? Ich werde das nicht schaffen, habe ich gelernt. Ich werde das nicht schaffen, so wie Ibo jetzt sagt. Ey, in den Arm nehmen. Ich bin nicht so. Weißt du, was ich in Zukunft mache? Weißt du was, Bruder, klappt nicht, tschüss. Lern mal bitte selber aus deinen eigenen Fehlern. Ich mache das nicht mehr. Guck mal, genau das wollte ich sagen. Habe ich bei den letzten Leuten, ich will keine Namen nennen, wo wir Stress hatten, keine Ahnung, irgendwas. Nö, alles cool. Habe ich nicht so gemacht, weißt du was, komm weg, oder habe ich meine Aggression rauslassen? Alles cool. Siehst du, da habe ich gelernt. Früher, Bruder, ich hätte die durch den Wolf gezogen. Guck mal, ich habe oft über diese Themen mit ihm geredet, privat und philosophiert. Guck mal, klar, wir mussten lernen, sage ich mal, wieder anstandsfähiger zu werden oder beziehungsweise auch, weil wir keine intakte Familie hatten. Du kommst aus einer guten Familie. Das ist ja auch keine Schande, Bruder. Und das ist das, was ich dir versuche zu erklären. Das sage ich auch immer zu meinem Bruder. Wir haben ja auch immer dieses Helfer-Syndrom oder, verstehst du, der Welt zu erzählen, wie man das zu machen hat. Weil wir uns als die Sorge... Ich schwöre, das kommt aus einer guten Absicht. Ja, aber warte kurz an. Immer nur, es kommt aus einer guten Absicht. Warte mal, guck mal, du kannst nicht einem Menschen, guck mal, das müsst ihr verstehen. Du kannst nicht einem Menschen, ja, erklären, was es heißt zu leiden, wenn er aus einer intakten Familie kommt. Wiederum kann dieser Mensch dafür auch nicht, dass er aus einer intakten Familie kommt. Dieser Mensch wird auch niemals dein Leid verstehen. So, deswegen habe ich zu meinem Bruder gesagt, mach hier nicht auf Mutter Teresa, Digga. So, du kannst Menschen nicht zu ihrem Erfolg zwingen. Punkt. Und wenn ein Max mit 22 seine Erfahrung machen muss, dann musst du auf die Fresse fallen. Dafür haben wir auch unseren Preis bezahlt. Verstehst du? Aber du kannst niemals verlangen, das geht nicht. Weißt du, dass diese Leute reflektieren, was wir durchgemacht haben, können die nicht, Bruder. Das funktioniert nicht. Das, was wir lernen mussten mit Ängsten, mit Panikattacken. Du warst Pizza-Klauen, Digga, bei einer Aral-Tankstelle. Wann musstest du mal klauen, Max? Musstest du mal wirklich aus Verzweiflung klauen? Schüttet der, macht der, nick der. Er hat ja gesagt, ja. Guck mal, Max ist ja noch so einer, ich sag mal so, guck mal, Max ist ja noch so, er hat zwar Mutter und Vater, aber er ist im Heim groß geworden. Okay, gut. Guck mal, und das ist ja auch das, was mir im Kopf bleibt. Darum sag ich ja auch bewusst, Max, weil du nicht halt aus der Superattackenfamilie kommst, versuche ich dir zu erklären, Bruder, dieses scheiß Leben ist hart. Digga, aber du wirst ihn nicht belehren können. Es gibt, guck mal, es gibt, guck mal, es gibt, guck mal, es gibt zwei Arten von Leuten, die in der Situation, so wie er, ist ja dieselbe Situation wie ich, du bist im Heim, du kommst, guck mal, es gibt nur zwei Arten. Es gibt dieses so, man war, man, 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 man akzeptiert, dass man gehandicapt ist, ja, so, und für uns war das ja jetzt nicht nur so, ey, jo, wir sind gehandicapt und, ja, dann ist es halt. Wir mussten das Beste daraus machen. Ja, aber wir haben auch, also unsere Generation war dann aber auch noch so ein bisschen, wir haben ja auch ein Komplex dadurch erlitten. Das heißt, es ist ja im Endeffekt eigentlich ein Defizit, wo man aber jetzt einfach sagt, okay, aus diesem Defizit entsteht dann so dieses neue Stärkegewinn oder aus anderen Sachen eine Stärkegewinn oder irgendwas kompensieren oder da, weißt du, du weißt, was ich meine. Typen, die, keine Ahnung, auf dem Schulhof die Fresse bekommen haben, die gehen öfter zum Boxen, so, Beispiel. So, und dann gibt es aber halt auch Typen so, die haben einen wegbekommen und die gehen halt ein bisschen sensibler damit um und die chillen so ein bisschen mehr drauf. Das geht ein bisschen mehr nach innen, die sind ein bisschen mehr introvertiert, die, 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 die nehmen, und, 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 und das sehe ich jetzt beispielsweise bei Max, der Arme, er darf gar nicht reden. Ich schwöre, der wird Famer als Vier. Bei Max sehe ich nur einen, er ist ja vollkommen cool, so wie er ist. Die einzige Sache, die kollidiert, also Leute wie Max und so, bei mir kollidiert, ich hasse das, wenn jeder für jede Scheiße einen coolen Spruch hat. Ich hasse das. Willst du wissen, warum? Willst du wissen, warum? Weil ich in dem Augenblick, ich merke das, er macht das nur, weil er will, er will es nicht an sich ranlassen. Aus Prinzip nicht. Nimm ich nicht aus Prinzip, weil es tut ihm weh. Bei uns tut weh, wir sagen, wenn mir jemand weh tut, es ist dasselbe. Max ist wie ich, wie du, wie alle. Wenn dir was willst du machen, du tust mir weh, geh mal weg, Mann, ich fick nicht, du wirst schon sehen. Hast du ja gesehen bei Serda und mir, diese Geschichte. So, Max, genau, so. Das ist lustig, wa? So, bei Max ist es so, wenn du ihm sagst und es tut ihm, sie sagt er, ach, Dicke, mach einen coolen Spruch. Osi ist tendenziell aber auch so. Wenn du mit Osi manchmal ins Gericht gehst, ja, ja, machen wir schon. Wir beide sind ein bisschen mehr dieses, wenn einer was sagt, dann so, ey, okay, ja, okay, und dann, okay, du wirst schon sehen. Wir geben Gas direkt. Nein, nicht Gas. Die geben vielleicht auch irgendwann mal irgendwie Gas, aber tendenziell, also ich hab das mal gesehen bei, da geht's auch wieder so um Konfliktlösung und bei, ist nicht Paartherapie, aber da geht's um dieses Kesselprinzip, Druckkesselprinzip. Das bedeutet jetzt zum Beispiel, ich hab jetzt eine Freundin oder ein Kumpel und so und ich explodiere. Dann ist es nicht das Klügste, dass derjenige sich zurückzieht, weil dann geht mein Kessel nur noch mehr in die Luft. Da muss ein Gegendruck erzeugt werden, weil du willst der wahrgenommen werden, du willst der gesehen werden. In dem Augenblick, wenn Osi mit ihm redet und sagt, ey, hör mal zu und er nur so, dann bist du so, er gibt kein Feedback. Aber Bruder, aber Flair, guck mal, es gibt manche Menschen, da sind wir wieder bei der Familie, die sind halt konfliktscheu, weil sie noch nie Konflikte kannten. Das ist ein anderes Thema. Ich will jetzt nur damit sagen, in dem Augenblick, wo die Eskalation entsteht, brauchst du eigentlich jemanden, der dann auf eine coole Art sagt, ja man, ist okay, bam, okay, erzähl mal. Zum Beispiel, was ja auch nicht geht, ist, wir beide streiten uns im Studio. Das ist nicht, weil wir beide Idioten sind. Bruder, jeder im Studio streitet sich. Warum? Es ist Leidenschaft, Leidenschaft, dicker Leidenschaft, ist immer emotional. Ey, wir wollen beide was. Er sagt, Bruder, ich will's, aber nimmst du mir nicht weg, weil ich weiß, ich sehe gerade. Dann sage ich, nein man, ich weiß aber, wie es ist. Bruder, und wir beide sind auch Einzelgänger, er musste auch viel alleine kämpfen. Und was, ich vertraue dir jetzt. Ich habe nie jemandem vertraut. Was vertraue ich dir jetzt, Alter? Wer bist du, der ich jetzt vertraue, Alter? Babas Art. Oder Flair, wer bist du? Und dann aber muss man sagen, weißt du was, Alter, musst du checken, dass es gerade deine Ängste sind. Und dann musst du sagen, weißt du was, ich gebe ihm den. Probier mal. Loslassen. Loslassen, so. Und aber das Wichtigste ist in einer Diskussion ist, genau die richtige, für mich habe ich gelernt, ich brauche jemanden, zum Beispiel jetzt, wenn es um Freundin geht, Bruder, ich brauche nicht jemanden, der mir im Streit komplett abkackt und dem Druck nicht standhalten kann. Aber ich brauche auch nicht eine Alte, die mir auf dem Messer ziehen macht. Du brauchst halt jemanden, der dann halt zu dir sagt, ich verstehe jetzt gerade, was du mir sagen willst. Und was, sorry, Sad, das Schlimmste, was du so einem Typen wie mir sagen kannst, ey Dicker, deine Art und deine Art. Ich werde dann nur noch krasser, weil unsere Art ist eine gute Absicht. Und man will, du willst den. Aber das versteht nicht jeder. Ja, aber dann lass den ertrinken. Und das ist es, was Leute wie du nicht verstehen ist. Da ertrinken wirklich Menschen. Wir haben Menschen ertrinken sehen und dann kommt mir ein Kumpel von der Seite und sagt, lass ihn ertrinken. Das ist es, wo wir verzweifeln. Du sagst jetzt, für mich ist Max, wenn er das nicht verfolgt, was wir ihm sagen, er wird sterben. Er wird irgendwann leiden. Er wird irgendwann, das ist übertrieben gespitzelt, er wird in seinem Leben nicht klarkommen, wird keine Ahnung, Alkoholiker, Junkie, dies, das, wird seine Familie nicht ernähren können, wird gefickt sein. Bruder, so ist es für uns. Und dann kommt mir ein Zart von der Seite und sagt, lass ihn doch, Bruder. Bruder, ich will, hey, es geht um sein Leben. Und für mich wird die Welt dann der Beste. Guck mal. Aber genau das ist der Punkt, Bruder. Du wirst dadurch schlecht. Deswegen habe ich zu meinem Bruder gesagt, du kannst mich nicht zu ihrem Erfolg zwingen, Bruder. Leute werden immer Leute, die mir sagen, der ist der cholerische Laute. Was habe ich 20 Jahre lang in dieser Musikszene feinen Ruf bekommen? Ich habe sogar unter Beweis gestellt, jeder, der bei mir war, dem ging es besser. Jeder, der danach weg war, ging es schlechter. Aber trotzdem bin ich der Arsch. Ein Animus, wo er bei mir war, der Bastard, ging es ihm nicht besser? Er war nicht mal bei mir gesigned. Ich habe dem beigebracht, wie man sich anzieht. Ich habe dem beigebracht, wie man rappt, Digger. Der konnte rappen, der Schwanz? Der hat maskulinarisch, ist man auf dem Mars kulinarisch. Hier ist maskulinarisch. Bevor du krass wirst, ist man auf dem Mars kulinarisch. Aber ist ja nicht lyrisch stark? Ja, lyrisch ist auch Schwanz. Wenn man viele Bücher liest und lyrisch ist, ist Schwanz. Dann rappt man, hier ist maskulinarisch. Bevor du krass wirst, ist man auf dem Mars kulinarisch. Bruder, wenn ich dir die Leine gesagt hätte, sag das einmal ehrlich. Sag das einmal ehrlich, was hast du mir gesagt, Bruder. Ne, die hätte ich so nicht genommen. Das hätte ich so nicht akzeptiert. So, weißt du, du hast gute Absichten mit diesen Leuten und weißt du was? Und jetzt kommt's, das habe ich auch, muss ich viele Bücher lesen und das ist auch so was hart, was richtig ist. Weißt du, warum diese Leute, weißt du, was bei diesen Leuten das Problem ist? Sie sehen es als Herablassung. Sie sehen es als Herablassung. Die denken, du kommst von oben und demütigst sie oder möchtest sie irgendwie nur was kriegen. Nein, Bruder, die kennen einfach dieses Tempo nicht. Das ist das Problem. Doch, Bruder, Menschen sind verschieden, Bruder. Ja, das meine ich ja. Die kennen dieses Tempo nicht. Verstehst du das? Dann sollen sie nicht, Alter, aufs Zelt kommen. Aber da sind wir jetzt wieder bei einem Punkt. Ja. Manche Menschen entscheiden sich für diesen Weg. Das ist ja auch nicht schlimm, Bruder. Pass auf, nein, pass auf, Bruder. Du kannst nicht diesen Weg der Musikindustrie oder Edienindustrie auswählen und denken, da kann ich schon mit diesem La 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 Lom, ich chille, ja, heute bin ich entspannt. Bruder, das ist was anderes. Du verlangst sehr viel. Das ist das, was Flair auch mal sagt. Denk nicht, dass auf der anderen Seite du da nicht dafür zahlen musst, Bruder. Und das ist es ja, das mit diesen wirklich abliefern müssen, Bruder. Weil wir sind ja wirklich die Instanz, die noch ehrlich ist, Bruder. Ab der höheren Riege brauchst, weißt du doch selber, Bruder. Das sind die Fotzen, Digger. Das sind die, die wirklich nicht rasieren. Und das ist, was mein Bruder auch vorhin meinte, der hatte mal Kerte, Bruder. Die kennen da gar keine Gnade, Bruder. Du weißt, was ich meine an diesem Tag, wo wir die Ultimatum gestellt haben. Und der war ein Big Boss am, du weißt, Lieberberg. Kann man aus dem Namen wissen. Verstehst du, was ich meine? Weil der Typ, Bruder, der verdient sechsstellig. Das juckt dir nicht. Verstehst du? Aber wir haben die Frage gestellt, Bruder, sind drei Jahre unserer Zeit weniger wert als deine Dreckszeit? Und es ist denen scheißegal, Bruder. Und das versuche ich dir auch, Max, zu erklären. So eine Menschen gibt es da draußen, die lernen und sowas, so eine Menschen auseinanderzunehmen. Die lernen nur sowas, um so eine Menschen auseinanderzupflücken, Bruder. Verstehst du? Also ich würde mir wünschen, wenn Leute mit mir umgehen, sollen sie mir genauso ehrlich die Wahrheit ins Gesicht sagen. Ich will das haben. Ich will das haben. Ich will nicht einen Freund haben, der mir sagt, ja, das ist schon gut so. Und am Ende werde ich irgendwo gefickt, weil ich einen Popel im Gesicht habe. Ich will das nicht. Wenn das andere Menschen wollen, damit die sich besser fühlen und so. Ich kenne auch, guck mal, das sage ich immer, wenn mich neue Leute kennenlernen oder wenn ich im Studio Diskussionen habe mit Leuten. Ich sage folgendes, guck mal. Zum Beispiel mit uns beiden ist es sehr schwer, weil du hast deine Karriere gemacht. Kommt da jemand ohne komplette Karriere und redet mit mir und diskutiert mit mir. Dann sage ich zu ihm, guck mal, folgendes. Ich habe meine Karriere gemacht auf die und die Art. Ist anstrengend. Hast du recht, Bruder. Leute hassen mich. Leute mögen mich oft nicht. Sie denken, Flair ist behindert. Flair ist dies, Flair ist das. Dabei gar in Amerika wäre ich genau der richtige Mann für die Sache. Und für mich kommt Hip-Hop aus Amerika. Und ich werde mich immer an Amerika orientieren. Ich gucke mehr 50 Cent, als dass ich mir Kontrakan gucke. Nichts gegen Kontrakan. Cooler machen den Talk und die leben das Leben. Und das sind meine Vorbilder. Ich bin mit den aufgewachsenen im amerikanischen Sektor in West-Berlin. So ist es. So. Digga, wenn einer in Newcomer kommt und mir sagt, ey yo, geht's auch anders? Dann sage ich ihm, guck mal, zeig mir, dass du das anders gemacht hast. Und deswegen nehme ich immer andere berühmte Rapper als Beispiel, die eine Karriere haben. Zeig mir, dass du es anders gemacht hast. Und weißt du was? Ich höre nur auf dich und ich mache, wie du sagst. Ich habe noch nie einen kennengelernt. Ich habe noch nie einen kennengelernt. Ich habe noch nie einen kennengelernt, der irgendwie eine andere Karriere auf eine andere Art gemacht hat, die entspannt war und der dann irgendwie Erfolg hat in irgendeiner Sache. Ganz im Gegenteil. In den letzten zwei Jahren, wo ich private Probleme hatte, wo ich dachte, ich mache mal ein bisschen auf ruhiger. Ich war allerdings auch gefickt, Alter. Brauchte mal eine Pause. Liebeskummer, Mutter, Selbstmord, Bandscheinvorfall, Produzent ist weg, dies, das habe ich eine ruhigere Kugel geschoben. Glaubt mir, in diesen zwei Jahren hat mich nicht einer angerufen. Wie geht's dir? Außer meine Freunde natürlich. Die beiden Jungs und ich habe eine Handvoll guter Freunde. Keiner aus der Industrie. Wie geht's dir? Brauchst du was? Komm, wir machen einen Hit. Komm mal, kein Sido. Keiner von denen. Keiner. Ich sage nicht, dass die falsch fufig sind. Ich sage auch nicht jetzt die. Glaubst du, Sido hat angerufen, mein Beileid, deine Mutter hat es. Bruder, ich f*** sowas. Ich war die Managerin, ich hau jetzt raus, nichts gegen Sido. Guter Junge, er schuldet mir nichts. Ich sage nur, seine Managerin war ein Jahr lang meine Managerin. Glaubst du, sie hat angerufen? Keiner von denen hat angerufen. Der Security, Musa, ich kenne sie seit 20 Jahren. Er hat nicht angerufen. Ich glaube, ich würde sagen, in dieser Musikindustrie keiner ruft dich an. Und eine Sache habe ich mir geschworen, darum wollte ich auch diese Mucke wieder mit dir machen, Bruder. Ich habe gesagt, diese Szene ist zum Ficken da. Nicht, dass ich verbittert bin oder keine Ahnung war, sondern ich habe gar keine Rücksicht mehr. Ich brauche diesen Song mit dir oder wenn ich ihn alleine mache und in diesem Song will ich sagen, XY wollte mich abfacken, jetzt wirst du gefickt. Damit ich kein Arsch bin, mache ich es in meiner Kunst. Ich bin ja ein Arsch jetzt nach diesem Interview wieder. Leute werden uns ja sehen. Oder wenn ich das im Privaten mache, im richtigen Leben, bin ich ja einmal der Arsch. Bombe, weißt was? Ich mache doch nicht mehr hier Fanboy auf der Straße rumschreien. Ich mache das nur noch in dieser Musik und darum brauche ich diese Mucke. Ich werde jedem, der in den letzten zwei Jahren, keine Ahnung, irgendwie dachte, er kann keine Ahnung, mich wie Kacke behandeln. Der bekommt das zurück. Und dafür ist diese Musik anscheinend da. Dafür brauchen wir diese Musik anscheinend. Das ist meine Therapie. So hin und her. Aber, Bruder, ich sage dir wirklich in diesen zwei Jahren, ruhige Kugel schieben. Glaubst du, da passiert was? Bruder, weißt du, wie das wirklich ist in dieser Branche? Ich brauche dir das ja nicht erzählen. Du bist ja auch lange dabei. Den Ficken, den Fickenden lieben die und den Liebenden ficken die. Verstehst du, was ich meine? Das ist türkisches Deutsch. Soll ich nochmal wiederholen? Das ist bestimmt. Sag mal nochmal, ich habe es nicht verstanden, Bruder. Den Fickenden lieben die und den Liebenden ficken die. Wie Frauen. So ist die Branche, Bruder. So ist die Branche. Wie Frauen. Ja, ja. Sie kennen das, Sie kennen das, Sie kennen das, Sie kennen das. So. Und das ist genau der Punkt. Guck mal, das mit dem Unternehmertum, mit den Mitarbeitern. Bruder, es ist deine Existenz. Es ist deine Existenz. Er spielt mit dem Brot deiner Kinder, während du ihm ermöglichst, eventuell für seine Kinder Geld zu verdienen. Und das ist ein Kodex, das ist ein Prinzip, du sollst nicht in deinen Teller scheißen, wo du draus isst. Ja, normal nicht. Und da musst du nicht alle immer, ich verstehe das, klar, Zuckerbrot und Peitsche, man muss auch mal Benefits geben, man muss auch mal Props geben, damit die, Digga, die sind mittlerweile so gewieft. Die wissen jede Props, ob die vom Herz kommen oder nicht. Die mögen dich nicht. Verstehst du, sobald der Chef aus dem Raum geht, dann tanzen die Mäuse auf den Tisch, Digga. Das ist schon immer so ein Wesen. Und irgendwann wird der Tag hier in Deutschland kommen, da gibt es kein soziales Auffangnetz mehr. Die kacken sowieso nur. Also in dem Augenblick, wo du Arbeitgeber bist in Deutschland, ist das so. So wird dir jeder erzählen, Bruder. Deine Angestellten können dich sowieso nur in den Arsch ficken die ganze Zeit und können sagen, weißt du was, ich lasse mich krankschreiben, weil wir hier noch in Deutschland so ein soziales Auffangnetz haben. Wenn die die harte Realität alle merken würden, dann würden sie gar nicht mehr jetzt bei Twitter wie so ein Twitter-Troll da schreiben, oh, was regt ihr euch denn und alle so auf und öh und warum? Weil die am Ende des Tages, deren Anspruch vom Leben ist kleiner. Die juckt nicht. Die gehen zum Amt, Bruder. Die juckt nicht, Digga. Und am Ende, Alter, bist du der Gefickte, wenn du was Großes erschaffen willst in diesem Land und geile Sachen machen willst, Bruder. Du bist abgebreitzt. Du bist abgebreitzt. Du bist immer limitiert. Deutschland ist ein Land der Limitation, Bruder. Ja, ja. Das gibt kein Maximum. Es gibt nur Limitation. Und wenn du wirklich ein richtiger Gangster bist, Bruder, richtiger Gangster, dann meine ich hier wirklich politisch auf so einer ganz Ebene, Bruder. Was du in der Doku gesehen hast, wo dann irgendwelche CDU-Abgeordnete irgendwelche Seminare geben, wie sie Multimilliardären zeigen, wie man am besten um die Steuer kommt, Bruder, dann weißt du Bescheid, Bruder. Aber die Unterschicht, die wir sind, Bruder, die sollen nur limitiert leben, Bruder. Ja, und darum, wie gesagt, wo ich damals angefangen habe und deswegen Props leider an Bushido, Alter. Bruder, bei uns beiden gab es eine Diskussion nicht. Bruder, wir sind da im Studio um 19 Uhr und wir sind da raus, wenn der Song fertig war. Wir haben Business gemacht. Bruder, durchgezogen, Dicker. Das macht ja auch Spaß, Bruder. Auch wenn es keinen Spaß macht. Auch wenn es keinen Spaß macht, macht es Spaß. Weißt du, was Spaß gemacht wird am Ende? Der Erfolg. Ja, ich meine ja, wenn du am Ende einen coolen Song hast, dann hast du da den Spaß. Nicht der Song, alleine Mäuler gestopft. Weil ich sage dir, egal, diese ganzen Animusse, die ganzen Bushidos in Dubai, die ganzen Schwänze, wir können uns im Studio streiten, wir wollen. Weißt du, wann die richtig kotzen? Die kotzen nicht, wenn die Spaß haben. Spaß habe ich dann richtig krass am Ende des Tages, wenn die sehen, diese beiden Wichser haben es geschafft. Und ich schwöre, lieber Gott, dann sitze ich da und denke mir nur so, es macht Spaß, der Erfolg. Es macht Spaß, dass die sich ärgern. Es macht Spaß, die Kohle zu zählen. Es macht Spaß, dass die DMs voll sind bei Instagram und die ganzen Bitches mich klar machen wollen. Das macht mir Spaß. Mir macht nicht Spaß im Studio dann, wenn ich was, weißt du, was mir Spaß macht, Bruder? Pizza essen und Fernsehen gucken. Aber davon bekomme ich nichts. Ist genau wie beim Fitness. Ich gehe auch zum Fitness. Glaubst du, wenn ich da pumpe, macht mir Spaß, Alter. Ich verfluche mich. Aber dann komme ich nach Hause, esse mein, keine Ahnung was, Alter, mein Stück Fleisch. Und dann bin ich ein krasser Motherfucker. So war es schon immer. Spar, darum, das haben die meisten nicht gelernt. Der beste Spar, also nichts, hier, positive Vibes, Bruder. Nichts im Leben, was sich gut anfühlt, bringt dich weiter. Nichts. Nichts. Bist du verheiratet, Bruder? Ja, Bruder. Hast du Kinder? Ja, Bruder. Okay, der ist, klar, der ist ein bisschen, ist ja wie bei uns, Bruder. Empathie kommt mehr. Empathie kommt mehr. Ja, mit Kindern ist es halt nochmal anders. Das ist hardcore, oder? Ja, ja, deswegen habe ich das ja auch gefragt. Ich sage das zu Fliese immer. Dein Next Level, lass mal jetzt irgendwie, welche Alben auch immer durch die Decke gehen. Er muss auch mal ankommen, Nachwuchs. Was sage ich dir? Das sage ich ihm genauso. Weil das wird ihn auch ein bisschen, ein bisschen, sage ich mal, ein bisschen aufgeklärter, ein bisschen auflösen. Das verändert sich, Bruder. Das verändert sich, Bruder. Du wirst ruhiger automatisch. Aber, aber guck mal, nochmal, Bruder. Also wie gesagt, Bruder, ich bin auch Vater von drei Kindern. Ja. Alhamdulillah. Und, aber nichts, dass du trotz der Situation wie Max das ist. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Max, wie gesagt, ich habe ihn gern. Bruder, ich würde mit Leuten nicht so reden, wenn ich dich mag. Ja, natürlich. Dann ist es egal. Ich meine, da hast du komplett recht. Ich bin bei sowas. Guck mal, du weißt auch, wie ich mit solchen Leuten umgehe, Max. Wenn irgendwelche Leute mich da nerven, Bruder, ignoriere ich, Bruder. Ich gebe gar keine Zeit für die aus. Bruder, damals, Flair und mein Bruder. Nicht in der Dingswohnung, nicht wie die Dings in deiner Loft damals, sondern in Zehlendorf. Bruder, ich komme zu denen, die haben sich beide, Dicker, die würgen sich beide gegen sich. Ich sage, was ist mit euch los hier, Missgebot? Was macht ihr hier? Der Bruder kommt nicht klar. Ja, sie sagt, er kommt nicht klar. Die haben sich nur, Dicker, die haben sich gekloppt ohne Ende. Ich sage, was ist mit euch los? Nur, guck mal, ich musste das auch verstehen. Er hat einen anderen Ton, wie er spricht. Ich kenne auch meinen Bruder, wie er ist. Aber ich habe das auch in dem vorigen Podcast gesagt, wo er auch bei uns war. Allein im Business, er hat mir sehr viel beigebracht. Genau das, worüber wir geredet haben. Er hat gesagt, Ibo, lass dir nichts von diesen Parasiten da oben erzählen. Verstehst du, was ich meine? Ich habe auch immer gedacht, mitsamthandschuhen. Nein, du verbaust unser Geschäft. Warum machst du das so? Du hast keine Ahnung. Du hast keine Ahnung. So, ich will ja, dass hier hochkommt. Ich will ja, und der hat uns ja auch supportet, muss man ihm auch sagen. Also er hat sehr viel gemacht für uns am Anfang mit Kontakte. Dicker, ich bin mit ihm rein. Ich erzähle die Geschichte immer wieder bei Universal. Rein, Dicker, der hat alle zu Grund und Boden geredet. Ich komme da rein, Dicker, als Dupe. Bin voll beeindruckt von dem Gebäude. Wir sind bei Universal. Dicker, der saß da mit seinem Unterhemd. Der hat einen nacheinander runtergebuttert. Ihr fickt mit meinem Geld gerade. Wisst ihr das? Ibo, würdest du die Scheiße anziehen? Ibo sieht aus wie Klitschko. Erzählt mir, mit Klitschko würde mein hier, dieses Psalm 23 dran. Würdest du es anziehen? Ich sage, Bruder, ist ein bisschen zu viel. Bling, bling. Da sagt sie es, Ibo. Jetzt kommt die andere Verrauchte, hat sich gerade eine Lein gezogen dahin. Ich dachte, ein ganz schöner Welt bin ich. Aber er hat recht gehabt mit allem, was er gesagt hat. Bruder, wirklich, Recht im Recht gebührt. Wirklich. Wir haben es auch kennengelernt, Bruder. Es ist am Anfang hart. Bruder, guck mal, du musst mich ja nicht überzeugen, dass er recht hat. Ich weiß, dass er sehr viel recht hat. Ich bin halt nur der Meinung, ich habe diese Erfahrung gesammelt. Ich komme mit meiner Art wirklich sehr, sehr weit in sehr, sehr vielen Sachen. Ist auch keine falsche Art, Bruder. Natürlich nicht. Aber jeder Mensch kann ja machen, was er will. Ich weiß, dass er das nicht böse meint. Aber Bruder, jetzt, ich verbringe Zeit mit ihm, ich rede mit ihm. Wenn wir jetzt nicht gerade Musik machen, Bruder, wir reden sehr persönliche Sachen und tralala. Das ist ja ein ganz anderer Mensch dann. Natürlich. Ja? Da ist ja dieser cholerische Typ, ist ja dann nicht da. Im Studio sehr cholerisch. Warum auch immer auch, ehrlich gesagt, weil die Musik geil ist. Aber so ein Privatbruder, der redet, Bruder Privat, der ist ein sensibler Mensch, Bruder. Der redet Sachen, die rede ich nicht mal. Weißt du, der erzählt mir dann Sachen, dann sitze ich da. Ich denke, Alter, krass, ich bin so klein geworden, Bruder, so ein bisschen so. Weißt du, vor so Respekt. Alter, wie hält er das aus? Ich wäre gestorben. Verstehst du? Aber ich weiß ja, dass das so ist. Es geht ja hier gar nicht um mich. Es geht ja darum, Menschen, die ihn nicht kennen, schätzen ihn wegen dieser Art und Weise falscher ein, als er ist. Der ist gar nicht. Der Typ hier, Bruder, das ist so ein riesen, Bruder, so ein riesen Baby, Bruder. Der ist gar nicht so ein ekliger. Nein, aber eklig schätzen die mich als eklig ein? Ja, Bruder, so ein Kollege Storbe, den kannst du gar nicht reden. Der kommt halt nur so rüber, Bruder. Der ist aber nicht so. Ich weiß das. Warum? Weil ich rede mit denen. Ich habe ja Verbringerzeit mit denen. Ich habe das auch, Bruder, Leute sagen, hey, Flissi, ist das nicht anstrengend? Ich sage, Junge, sie kennt ihn gar nicht. Bruder, jeder, der, weißt du, wie viel, weißt du, wie viele Fondate? Weißt du, was mich bei diesem anstrengend, weißt du, wo ich mich so frage? Was? Beziehen die das auf Privat oder beziehen die das auf Musik machen? Oder die können, ich glaube, die können es nicht differenzieren. Okay, dann sage ich das mal jetzt, genau, dann sage ich das mal offiziell, Alter, als Bekanntmachung oder hin und her. Ich bin ein, Bruder, das ist meine Arbeit, Alter. Geh mal zu einem Malermeister oder geh mal zu einem Firma, dies, x, y, also wenn dann jemand fragt, ob der andere, da gibt es so eine Diskussion gar nicht, Bruder. Hat eine Baustelle für 10 Millionen. Wollt ihr mich alle ficken, Alter? Wenn die mich irgendwie erleben in irgendwelchen Diskussionen, die was mit Musik zu tun haben, Alter, ich nehme das ernst. Ich nehme meine Sache ernst. Geile Sache und sowas. Und glaub mir, da können die Leute sicher 99 Prozent der Zeit im Leben, dass ich meine Eier hängen, bin ich entspannt. Aber diesen paar Augenblicke, was? Voll. Was haben wir sonst? Bruder, wir sitzen da, oder wir gucken nicht mal Fernsehen, weil wir so viel reden, reden, reden. Und ich weiß ja dann, okay, wenn er dann mit irgendwelchen Leuten redet, ich zum Beispiel halte es nicht aus, wenn jemand mit mir so reden soll, ich fange, ich, Dings, Bruder. Bruder, wenn man ihn nicht kennt, was sage ich zu dir? Mein Bruder und er, die hatten sich schon auf Wohle. Ich habe Dings, Bruder. Als ich ihn kennengelernt habe, hab ich gesagt, Bruder, guck mal. Weißt du noch? Ich sage, guck mal, Bruder, ich, ich weiß vielleicht, du meinst das nicht böse, aber ich, Bruder, mach das mit mir nicht, Bruder, weil ich, mein Gehirn schaltet nicht, Bruder, ich kann das nicht, Bruder. Ich kann, der Einzige, der so mit mir redet, ist mein Vater. So, das Dings. Ja. Aber guck mal. Aber, aber ich weiß, dass er das nicht böse meint, wenn er mit Leuten Dings, aber Bruder, die wissen das nicht. Die wissen das nicht, Bruder. Seine Absicht ist keine Bruder. Aber du weißt das, du kennst ihn seit 20 Jahren. Ja. Aber ey. Er weiß das, auch 20 Jahre, aber Max, ich küsse, Entschuldigung, Bruder, aber Max kennt ihn halt nicht, Bruder. Max hat ihn zwei Tage lang, zwei Stunden gesehen, woher soll er das wissen, Bruder? Hey, guck mal, ganz einfach, guck mal, noch mal, noch mal zum Abschluss, so, damit die Leute das verstehen, aus meiner Perspektive, wie wenn Leute vielleicht so mit mir reden. Guck mal, ich mach grad einen Film. Drehbuch. Moritz bleibt treu. Specter. Glaubst du, ich rede mit denen so? Glaubst du, ich rede mit denen so? Schuhmohre zu Fotze. Da sitze ich da und halte meine Fresse, Alter. Kennst du, wenn eine Sache zwecklos ist, Bruder? Ich hab's jetzt eingesehen. Bruder, glaubst du, glaubst du bei Sachen, wo ich keine Ahnung habe? Doch, du verstehst du, Bruder, in der Sache, wo ich, wo das gerade mein Thema ist, Bruder, da sag ich, ey, hier wird gemacht, Alter, und keine Widerrede. Glaubst du bei Sachen, Alter, wo ich keine, wo, wenn ich irgendwo hinkomme und keine Ahnung habe, dann fange ich doch nicht an, so mit Leuten zu reden. Moritz, als ob ich einem Moritz Bleibtreu sage, wie man Filme macht. Sagst du mir, Flair, halt deine Fresse, so wird's gemacht. Schau mal, diese Kamera wird zwölf, seit wann? Seit wann bist du Dings gemacht, Moritz? Ja. Du kennst mich nicht. Ja, aber ich schwöre dir, es kommen voll viele Leute. Ja, aber es kommen halt voll viele Leute, die denken halt wirklich, die meiste Zeit denken die Leute bei Musik, ist eine Frage von Meinung. Ich hasse sowas, Alter. Ist eine Frage von, ja, okay, The Weeknd singt so Geschmack. The Weeknd singt so, ja, der singt manchmal. Oder es mag ja sein, dass es bei den einen oder anderen so vielleicht funktioniert, aber das ist unsere Auffassung. Das ist Ausrede, Mann. Geschmack ist nur ein anderes Wort. Ich sage ja, darum sage ich, für mich selber, ich kenne das auch nicht, weil ich merke, wenn du zu gut bist, Bruder, bewegt dich gar nichts. Punkt. Man, deswegen muss man noch eine gewisse Kontenance haben, auch immer. Geschäft. Ich darf auch an, in vielen Sachen bin ich selber schuld. In vielen Sachen sind wir selber schuld für sie. Wir sind nicht, das sind nicht mal die, die schuldigen. Wir sind die schuldigen, Bruder. Warum? Weil wir es eigentlich zu gut meinen. Guck mal, und die Arbeitsaufteilung zwischen mir und Saad ist ja dann auch so, die Sachen, die ich dann halt geil machen will, die mache ich ja dann auch selber. So das heißt, dann lass mich doch machen. Ist dir zu anstrengend? Lass mich doch machen. Ich bin anstrengend, dann lass mich doch machen. Aber ihr ergänzt euch sehr gut. Bombe. Er ist super. Er ist auch ein guter Gegenpol. Ja, ja, ist auch wichtig. Ist auch ein sehr guter Gegenpol. Ich habe ihn das erste Mal kennengelernt, macht ihn sehr sympathisch. Ich habe ihn das zweite Mal gesehen, jetzt auch auf jeden Fall. Ja, und wie bei euch beiden einfach. Ist ja auch geil, Alter. Weißt du, also der... Max, Alter, ey. Hast du jetzt hier was aus dem Interview mit rausgenommen, Bruder? Hast du? Hat dir das... Mach mal, Max ein Instagram-Profi. Gleich, wenn du vorbei weißt, dann nehmen wir dich erst mal richtig im Maß. Ja, Bruder, das ist... Glaubt mir. Ich schwöre es nicht. Das ist auch der einzige, mit dem ich noch so rede. Ich rede mit sonst keinem mehr. Ach, scheiß auf die anderen. Da setze ich mich auch gar nicht mit auseinander. Ey, das ist so schlimm geworden. Heutzutage jeder, egal zu wen du... Die größten Eierköpfe auf der Straße. Jeder hat einen coolen Spruch. Jeder hat eine Ausrede. Jeder hat eine Meinung. Bruder, fickt euch alle, Mann. Ich will... Das ist der neue Style geworden. Jeder, der irgendwie, keine Ahnung, in eine Kamera nehmen kann und bei TikTok redet, jeder ist Expert. Jeder ist Mahatma Gandhi, Bruder. Alle sind in ihrer Work-Life-Balance, Bruder. Tut immer so, als wärt ihr voll ausgeglichen, da und da, hier und hier. Eure Freundin gefremd ist okay. Die eine sind was? Nein, du weißt doch so, dieses, weißt doch, ja, die brauchen auch mal ihre Abwechslung. Was? Mein Bruder, es gibt alles, Bruder. Es gibt doch alles, Bruder. Es gibt doch alles, Bruder. Es gibt alles, Bruder. Der eine ist auf den Knien, macht wow, wow, musst an der Leine. Bruder, es ist alles da. Es ist alles da, Bruder, alles. Der eine will Katze sein, der andere will Fuchs sein. Ja, es gibt alles, Bruder. Es gibt alles. Zu diesem Thema, das passt auch in unser Thema gerade rein, wenn Leute Hunde sein wollen oder wenn Männer Frauen sein wollen oder Frauen Männer sein wollen oder egal, was jemand da draußen sein will, so. Es geht überhaupt nicht darum, dass man irgendjemandem Vorschriften macht. Machen auch so toxisch maskuline Typen wie wir nicht, so. Aber Leute müssen eine Sache einsehen. Du musst es dir erarbeiten. Wenn dein Ruf oder du, wenn du etwas sein möchtest, wenn du für etwas stehen möchtest und wenn es sowas Banales ist wie ein Hund, Bruder, dann sei einfach ein Jahr lang ein Hund. Und ess Schappi. Irgendwann werde ich sagen, du bist dein Hund. Checkst du? Aber denk nicht, dass deine Maske und du irgendwo auf der Straße kurz mal, ich werde nicht sagen, du bist dein Hund. Aber wenn du, ja, for real. Aber wenn du ein Jahr aus diesem Futter da bist. Genau. Wenn du ein Jahr lang gut rappst, bist du ein Rapper. Wenn du ein Jahr lang keine Ahnung was machst, dann bist du dies, sagst hin und her. Aber sag nicht, wenn ich das nicht akzeptiere, dass du es bist, dann so läuft das, so läuft die Welt nicht. Du musst ja für eine Sache stehen, du musst ja durchziehen. Klar. So fähr dich aus. Irgendwann zum Beispiel, ich habe Olivia Jones beim Reeperbahn Konzert, für mich ist das eine Frau. Sorry, ist wirklich so. Ja, sorry. Und die vor mir stand, ich habe gesagt, es ist eine Frau, weil ich kenne die, seitdem ich klein bin, nur als Frau. So, wenn die vor mir steht, sage ich, okay, krass, du musst eine Frau sein. Alter, du bist hier auf dem Kiez, hast einen Namen. Irgendwas an dir muss auf jeden Fall irgendwie Frau sein, weil sonst könntest du es nicht so lange so durchziehen. Checkst du, was ich damit sagen würde? Also, ich würde damit sagen, da entsteht keine Meinung oder irgendwie so. Oder Intoleranz oder so. Nein, voll coole, eigentlich auch ein cooler Typ. So, wenn man jetzt, wenn man jetzt, weil man weiß, man weiß ja, Alter, dass sozusagen die Dragqueen-Geschichte und so, der war einer der Ersten, der es gemacht hat. Aber in dem Augenblick, wo er vor mir stand, Alter, Olivia Jones. Olivia Jones, Bombe. Das heißt, jeder da draußen soll wissen, Alter, wenn ihr für irgendwas wahrgenommen werden wollt, dann macht euch einen Namen, dann zieht durch. Aber nicht jetzt, ich habe morgen so, ich habe morgen so, ich habe morgen so. Saad muss mich als Dings sehen und wenn nicht, oder Flair und wenn nicht, dann sind die Diskriminierenden mir gegenüber. Was für ein Quatsch, ja? Ja, das ist auch wirklich Quatsch, Bruder. Das ist auch am Ende, am Ende ist es auch wirklich die, ich kann nicht ja Geschichten erzählen, Bruder, aber das würde in den Rahmen sprengen, Digga. Also, was ich auch teilweise erlebt habe, Bruder, das ist Wahnsinn. Dazu, da fällst du noch am Kopf, Bruder, sagst, wow, Alter. Willst du gehen? Nein, nein. So, wie lange haben wir schon, Max? Zwei Stunden, drei. Geil, Mann. Perfekt. Perfektes Timing. Perfektes Timing. Komm, setz dich noch mal kurz hin, Bruder. Max, jetzt wirst du gleich noch mal eine halbe Stunde machen, sondern privat. Was ist das? Nein, Bruder. Nein, Bruder. Nein, danke, Bruder. Release-Datum gibt es nicht? 10. Januar. 10. Januar, die Single oder komplett Album? Album. Single kommt schon sehr, sehr bald. Okay. Sehr, sehr, sehr gut. Sehr, sehr, sehr bald. Sehr, sehr, sehr bald, Bruder. Wie viele Videos? Vier hattet ihr gesagt? Drei. Drei, mal sehen. Komm, wie läuft die? Ja. Wir wollen auch Feature, Bruder. Wir sind Street, bitte. Wie? Was denn? Wir sind auch Street. Wir sind kleine. Wir sind kleine Street. Wir machen auch viel Pulsadermusik. Nein, nein. Spaß dabei sein. Nein, aber cool. Schön, dass du auf jeden Fall da seid. Oder da wart. Ja. Gerne. Auf jeden Fall Baba Saat. Sympathischer Typ. Gute Werte. Finde ich super. Ich habe auch schon zu Flair gesagt. Wir haben hinter dir gelästert. Ja? Ja. Was denn? Nur Gutes? Nur Gutes, Bruder. Nur Gutes. Ihr ergänzt euch sehr gut. Das ist ein sehr guter Gegenpuls zu ihm. Er braucht so einen wie mich an seiner Seite, Bruder. Um Gottes Willen. Amok, Bruder. Dann läuft der Amok. Ich schwörs hier. Er bringt alle Leute um. Aber guck mal. Mach den Fehler nicht. Wenn ihr euer Album oder euer Projekt beendet habt. Ich hab schon einen Plan. Ich hab schon einen Plan. Bleibt. Nein. Nicht nur auf musikalische Ebene, Bruder. Das macht auch Spaß. Ich werde mein nächstes Soloalbum auch bei Ihnen aufnehmen. Weißt du? Er hat direkt den Self-Dick. Er ist auch sweet, Bruder. Er hat sich direkt reinparasiert. Bisschen, Bruder. Bisschen. Bisschen. Ich würde auch das als Kammer nehmen, Bruder. Diese drei Figuren. Nein, aber dafür, dass ihr euch sehr gut ergänzt. Nicht nur auf musikalischer Ebene. Weißt du? Das hat er mir damals auch gesagt. Ab 40 ist es immer schwer, jemanden ins Leben zu lassen. Stimmt. Musst du die Leute wirklich gesondert dir aussuchen. Weißt du? Man hat es selten. Weißt du? Mein Vater sagt immer, weißt du? Geld verdienen kannst du immer. Stimmt. Aber mach dein Konto mit Menschen voll. Gute Menschen, die wirklich zu dir passen. Ich bin gerade allein, Bruder. Weißt du? Und wenn ihr euch gut ergänzt, super, Jungs. Ich wünsche euch auf jeden Fall sehr viel Erfolg. Auf jeden Fall. Weißt du, wie vorhin? Die ist so. Nein, machen wir jetzt nicht. Nein. Wir haben so einen Song gemacht. Mach mal so, mach mal so. Weißt du was? Ich schwöre eine Million Klicks in die Sonne. Er ist es nicht gewohnt, dass man ihn umarmt. Doch, Mann. Mach mal deine Hand auf. Mann, was? Akzeptiere lieber, Bruder. Nimm lieber. Auf der Bühne. Auf der Bühne. Auf der Bühne machen wir dann. Jo, was geht's? Und die andere Hand nimmt die Kerze, Bruder. Das ist eine geile Folge. Hat Spaß gemacht. Sehr schön. War sehr spontan. War sehr gut. War gut, Bruder. Bruder, Videodreh. Videodreh. Ich habe schwarze Arme. Jungs, Mädels. Schön, dass ihr geguckt habt. Ihr supportet die Jungs. Macht. Wir werden es auf jeden Fall unten alles verlinken. Ja, gell. Mit unserer Millionen Reichweite. Vielen Dank, Bruder. Auf der Autogramm. Aber jetzt wird dir viele Klicks bringen. Ja, ja. Und ja. Abonniert den Scheißkanal. Macht Daumen hoch. Macht ihr eh nicht. Warum Scheißkanal, Bruder? Ihr Schwänze. Macht ihr eh nicht. Macht ihr eh nicht. Macht dich. Ich hab ne Frage, Bruder. Scheiße, hör mal rein. Macht nicht. Disso gibt's nicht mehr, ne? Bisschen, bisschen. Bruder, so viel. Wir werden wieder gleich. Gibt's noch Dislikes? Nein, Bruder. Dislikes gibt's nicht. Flair, guck mal. Flair hat bei uns sehr gut Dings. Aber man kann nicht mehr, gefällt mir nicht drücken, ne? Doch, kannst du. Echt? Nein, aber was ich doch sagen wollte, in der damaligen Folge, wo er das erste Mal hier war, war super. Auch die Comments waren gut. Da war kaum Dislikes. Ja, ja. Weil er konnte auch mal so sein, wie du gesagt hattest. Er konnte bei uns auch mal so sein, wie er wirklich ist. Weißt du was ich meine? Das ist die Leute, die nochmal von einer anderen Perspektive sind. Das ist ein cooler Typ, Bruder. Bruder, brauchst du mir nicht erzählen. Ich kenn ihn seit 30 Jahren. Bruder, brauchst du mir alle nicht erzählen, weil ich schon selber. Jetzt gib ihm nicht zu viel Props, sonst wird der Luft rein. Richtig. Nee, nee. Ey, ich fühl mich richtig toll, Alter. Und ich werd auch noch mehr cholerisch jetzt. Bruder, Digga, Alter. Oh nein. Vor allem für die Interviews. Oh nein. Für die Interviews. Ich werd Mutter ficken, Bruder. Wenn meine nächste Solo-Album... Und dass ich noch eine Tüte in den Tisch habe. Und nochmal schöne Grüße, Digga. Und nochmal schöne Grüße an den Produzenten, Buakka. Buakka, ganz gerne. Buakka, ja. Wie war sein? Erkan? Erkan, ja. Sehr gut. Gute Arbeit. Liebe Grüße an den Guld Digga auch. Meinen Brothers. Mach's gute Arbeit. Mach's kurz Ruhe. Wir sind raus, oder? Ja. Ciao. Ciao. Ciao.